Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem AFK-Asphaltgeflüster-Podcast. Zweite Runde in Österreich steht an. Der große Preis von Österreich nicht so wie der große Preis der Steiermark letzte Woche, sondern diesmal Österreich. Ja, und mit meiner Willigkeit, denn Daniel, ist auch der Alex wieder mit am Start. Hallo Alex. Hallo, da sind wir wieder. Ja, die Holländer haben sich schon mal gedacht, Mensch, wenn es mit der Europameisterschaft im Fußball nicht klappt, dann machen wir doch mal die Weltmeisterschaft dieses Jahr in der Formel 1 klar, oder? Ja gut, es sind noch ein paar Rennen, aber Tendenz sieht es so ein bisschen Richtung Red Bull Verstappen aus, das ist wohl wahr. Naja, gezielt war jetzt die Geschichte eigentlich immer so mehr auf die Fanringe und Tribünen abgezielt. Da war ja dieses Wochenende wieder alles orange, alles wieder Max Verstappen-Farben oder auch Lendon Neues-Farben, aber da kommen wir später noch dazu. Und ja, es waren wieder volle Tribünen, das erste Rennen seit 2019, was tatsächlich wieder komplett ohne Auflagen für die Fans auf den Tribünen stattgefunden hat. Dementsprechend die Party war angesagt und ja, es ist ja so ein bisschen der Red Bull Heim Grand Prix und dementsprechend waren natürlich auch wieder ganz viele Holländer mit am Start. Ich würde vielleicht mal eine kleine Entschuldigung erstmal in den Raum werfen für den letztwöchigen Podcast, der uns ein bisschen misslungen ist. Der eine oder andere, der vielleicht reingehört hat, gehört, hoppla, das ist nicht ganz so geflutscht, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Wir konnten es leider nicht beheben, aber ich hoffe jetzt einfach mal, wenn man den Podcast heute hört, dass das Ganze wieder etwas besser sich anhören lässt. Ja, an der anderen Stelle vielleicht noch der Hinweis auch, gerne, wir haben ja auch vor dem letzten Rennen auch schon mal die Streckenvorstellung für den Österreich Group gemacht. Das heißt, wer sich die Strecke nochmal im Detail anschauen möchte, der kann dies auch gerne tun. Und, damit ich es nicht vergesse, der Hinweis natürlich auch an der Stelle nochmal, wir nehmen den Podcast sehr zeitnah nach dem Rennen auf. Das heißt, falls sich da im Laufe des Rennens irgendwelche Sachen ergeben, mögliche Strafen, die noch ausstehen, dann kann es sein, dass wir diese noch nicht abbilden können im Podcast. Einmal die Newsseiten vielleicht im Anschluss konsultieren. Könnte sein, dass es noch das eine oder andere ein bisschen untergeht. Habe ich alles mit untergebracht, Alex? Hervorglänzen. Also diesmal gibt es ein 1 plus mit Sternchen. Ach, wunderbar. Schön. Ja, dann fangen wir doch mal von vorne an. Es gab ja, wir haben jetzt nur eine Woche Pause gehabt, das war jetzt im Endeffekt der Abschluss des Tripleheaders in der Formel 1, des ersten Tripleheaders mit Frankreich und zweimal Österreich. Und in dieser Woche ist eine kleine Bombe geplatzt. Hamilton hat seinen Vertrag verlängert um zwei Jahre. Das kam für mich sehr überraschend, um ehrlich zu sein. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ein paar Tage davor haben es ja schon die Spatzen von den Dächern gepfiffen, dass da wohl was kommen könnte. Aber, ja, unsere ganzen Theorien haben sich in Luft und nichts aufgelöst. Man steckt halt doch nicht drin in den Teams und man kann immer nur spekulieren. Ja, jetzt ist Hamilton zwei Jahre noch im Team. Mal gucken, was passiert. Ja, die Frage ist, wer bankt jetzt mehr ums Cockpit? Ist es Bottas oder Russell? Toto Wolff hat ja auch schon mitgeteilt, dass die Frage um das zweite Cockpit tatsächlich nur um die beiden Fahrer sich drehen wird. Das war ja auch, das war uns eigentlich auch ziemlich klar in der Situation. Hamilton hat ja seine Präferenzen Anfang des Jahres auch schon oder ich sag mal in den letzten Wochen auch schon klar gemacht, er würde ganz gerne den Wasserträger beibehalten, also Bottas. Toto Wolff wird natürlich oder muss natürlich auch ein bisschen in die Zukunft blicken. Also wie lange macht ein Lewis Hamilton den noch? Auch er hat, Lewis Hamilton hat ja auch gesagt, mit 40 möchte er keinen Formel 1 mehr fahren. Es ist 37, das heißt nach Ablauf der zwei Jahre, dann ist er quasi schon an der Grenze zu 40. Da ist nicht mehr so viel Spielraum. Das ist jetzt eigentlich, also meiner Ansicht nach, die richtige oder die einzige Möglichkeit, die saubeste Möglichkeit wäre, Russell da ins Cockpit zu setzen. Muss ja eigentlich. Naja, Hamilton würde ja gerne weiter mit Bottas fahren, weil er weiß, es ist ein super toller Wasserträger. Aber, ja, du hast recht, für die Zukunft sollte man vielleicht ein Russell aufbauen. Man wird es sehen. Vielleicht wird es auch so ein Hybrid-Ding, dass man sagt, okay, wir passen uns mal auf und gucken mal, wie nächstes Jahr unser Auto ist. Wir verlängern nochmal einen Vertrag mit Bottas um ein Jahr. Und je nachdem, wie es ausgeht, dass man sagt, entweder machen wir dann, wenn Hamilton aufhört, eventuell in zwei Jahren, einen kompletten neuen Schnitt mit kompletten neuen Fahrerpaarungen. Damit kann man ja auch mit Russell sprechen. Oder man holt vielleicht nach einem Jahr dann Russell rein und zieht ihn dann für die übernächste Saison dann hoch. Ich glaube nicht, dass sich ein George Russell nochmal zwei Jahre hinhalten lassen wird. Auch kein einzelnes Jahr. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lange der Vertrag zwischen Russell und Mercedes besteht. Also er ist ja quasi in dieser Drivers Academy oder halt in dieser Jugend-Kader-Geschichte mit drin. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ein George Russell sich nochmal für ein, zwei Jährchen in Williams reinsetzen lässt. Klar, der Williams ist dieses Jahr nicht mehr ganz so katastrophal, wie er es letztes oder die letzten zwei Jahre war. Aber trotzdem, er fährt ja trotzdem damit eigentlich nur um die goldene Ananas. Es sind ihm ja bisher noch keine Punkte gelungen. Er muss, der muss einfach mal aufsteigen. Also er braucht auf jeden Fall eine Perspektive. Er braucht irgendein anderes Cockpit nächstes Jahr. Und ich sehe nicht, wo er unterkommen soll in Schirmherrschaft von Mercedes. Weil Mercedes hat ja jetzt auch kein anderes Juniorenteam, wo er noch unterkommen könnte. Vielleicht Aston Martin noch, aber Aston Martin, die werden weder Lance Troll noch Sebastian Vettel schmeißen. Der hat keine anderen Chancen. Also entweder, ich glaube, Russell wird es darauf ankommen lassen. Er wird sagen, entweder ich sitze dann nächstes Jahr in Mercedes oder ich beende den Vertrag mit Mercedes und schaue mich anderweitig um. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Andererseits, welches Team wäre denn dann frei für Russell? Das ist halt das Nächste. Ich meine, es sieht nicht so aus, als ob da jetzt schnellstens Cockpits frei werden. Ich glaube nicht, dass er sich in ein Alfa Romeo reinsetzt. Das ist richtig. Das einzige Team, was ich mir mittelfristig vorstellen könnte, jetzt spontan, wäre McLaren. Dass man da irgendwann sagt, okay, das mit Ricciardo funktioniert so, nicht so wirklich. Und man überlegt sich dann vielleicht doch einen Russell rüberzuholen. Das wäre eine coole Kombination, glaube ich. Da kenne ich jetzt auch nicht die Vertragsmodalitäten von Ricciardo. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, wie Ricciardo dann im Laufe der Saison noch mit McLaren auskommen wird. Stand jetzt zu Terzic ja relativ schwer. Ja, aber das ist ja wirklich, also da sind wir wirklich im Land der Träumereien jetzt da gerade ein bisschen. Ich glaube, da trifft man zu sehr ab, wenn wir jetzt in die Richtung weitergehen. Würde ich auch sagen. Wir warten mal ab, was passiert. Da werden die Obrigkeiten schon miteinander sprechen und die werden dann den perfekten Deal für alle rausbauen. Also ich stelle mir die Frage, ob Bottas dann am Ende des Jahres zurücktritt. Und ich glaube, Hamilton hat damit die Karriere von Bottas beendet. Das ist jetzt mal so meine Vermutung. Verstehe ich zwar jetzt nicht, weil die ist so oder so schon beendet. Egal, ob ein Hamilton verlängert hat oder nicht. Aber gut, also ich meine, er wird außer bei Mercedes jetzt nirgendwo mehr Fuß fassen. Ich denke nicht, dass ein Team ein Bottas nehmen wird. Da ist, glaube ich, zu viel jetzt über den Jordan gelaufen. Da gibt es einfach zu viele Nachwuchsfahrer, die einfach auch billiger sind. Ja, wenn dann Hamilton halt zurückgetreten wäre. Aber gut, das soll jetzt wirklich der Abschlussgedanke sein. Dann hätte ich mir schon vorstellen können, dass man mit einer Paarung Russell und Bottas nochmal näher schon weitergemacht hätte. Und dann sich umgeschaut hätte, ob das mit Bottas, also ob Russell halt so zündet, wie man sich das vorstellt. Und gegebenenfalls hat Bottas dann irgendwann auch ausgetauscht. Es wurde im Laufe des Wochenendes in Österreich eine neue Reifenmischung getestet. Die soll ziemlich zeitnah, nämlich zum großen Preis von Silverstone. Also dem England-Rennen, ja in zwei Wochen schon eingesetzt werden. Darum geht es um die Reifenschäden, die ja in den vergangenen Rennen, also speziell im Barco, aufgetreten sind. Da hat Pirelli noch ein bisschen nachgebessert. Da ist die Konstruktion etwas steifer. Die Reifenmischung an sich bleibt gleich. Es geht wirklich nur darum, dass eben weniger Reifenschäden in Zukunft auftreten sollen. Im Idealfall natürlich gar keine mehr. Das zeigt für mich natürlich auch wieder, okay, Pirelli hat tatsächlich gemerkt, das funktioniert so nicht. Man hat doch nochmal nachgebessert. Ja, und das hat man jetzt getestet. Es gab einen verpflichtenden Test für alle Teams. Also jeder Fahrer musste zwölf Runden mit den Reifen mal fahren. Und das Feedback war, soweit ich das jetzt über das Wochenende mitbekommen habe, sehr positiv. Also es scheinen tatsächlich nur Vorteile zu bringen. Ja, dann können wir uns ja darauf verlassen, dass es keine Reifenschäden mehr gibt. Das ist doch hervorragend. Ja, schauen wir mal. Speziell wenn wir nach Silverstone kommen. Das war ja sowieso die letzten Jahre immer mal wieder so eine Problemstrecke. Vielleicht wirklich der optimale Zeitpunkt, um nochmal nachzubessern. Oder es gibt einen super Desaster, weil die Reifen überhaupt nichts mehr richtig arbeiten. Das kann ja nicht auch sein. Auf einmal platzen sie alle. Nein, Quatsch. Oder es sind wieder irgendwelche scharfkantigen Sachen in den Curves, die dann die Reifen doch wieder aufschneiden. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Ja gut, dann ist ab England sind dann neue Reifen da. Ole, ole. Mal gucken, wann die ersten Teams sich dann wieder darüber beschweren. Wie gesagt, Feedback war wohl bisher recht positiv. Auch weil man mit den neuen Reifen scheinbar wieder diese Reifendrücke niedriger gestalten kann. Und das, ja, mal schauen. Also ich glaube, so wenn ich mir die Entwicklung der letzten Rennen so anschaue, dann kam das fast schon ein bisschen Red Bull entgegen. Entgegen aller Erwartungen. Also Mercedes sah jetzt in den letzten Rennen nicht ganz so stark aus. Mal gucken, wie es dann mit dem niedrigeren Druck wieder ausschaut. Ob dann Mercedes vielleicht wieder doch etwas aufschließen kann. Hast du noch vorgeplänkelt? Nö. Also ich habe mir auch das Wichtigste war jetzt eigentlich die Hamilton-Verlängerung. Aber ja, gut, die Reifen. Da gebe ich jetzt noch nicht so viel drauf, weil die Teams sagen öfter mal, die Reifen sind super toll. Und ich weiß noch, wie Birelli angefangen hat. Da hat es auch gesagt, oh, Birelli ist ja viel besser als die andere Marke vorher. Ich weiß gar nichts mehr, wer das war. Sowas kann sich mal ganz schnell drehen. Spätestens wenn ein Team in irgendeiner Art benachteiligt ist oder benachteiligt fühlt. Da gebe ich gar nichts drauf. Die sind jetzt bisher zufrieden. Alles klar, wir werden es absehen. Nach fünf Rennen, dann gibt es wahrscheinlich wieder das nächste Reifen-Desaster. Ja, selbst wenn ändern, können es die Teams ja sowieso nicht. Es gibt nur einen Reifenhersteller. Eben. Gut, würde ich sagen, Almak Training Quali. Mal kurz rüber stiefeln. Ja, im Training habe ich jetzt nicht ganz so viel, glaube ich. Muss ich mal überlegen. Ist irgendwas vorgefallen im Laufe des Wochenendes? Eigentlich eher weniger. Ja, Änderungen im Vergleich zum Steiermark-Rubri war ja, dass die Teams dieses Wochenende mit einer Reifenstufe weicher fahren. Das heißt, das, was zum Beispiel in der Steiermark ein Medium-Reifen war, ist jetzt der Soft-Reifen. Ne, Quatsch. Das, was in den Steiermarken Soft-Reifen war, ist jetzt ein Medium-Reifen. Und somit war zumindest mal die Hoffnung da, dass man vielleicht doch mal ein paar Boxenstops mehr sieht. Weil man hat ja schon in der Steiermark gemerkt, das wird mit einem Stop teilweise doch recht knapp. Da sind die Teams ja doch eher die härteren Mischungen gefahren. Und wenn man da jetzt nochmal eine Stufe weicher geht, plus in der Quali dann den roten, also den soften Reifen fährt, dann ist davon auszugehen, dass der Reifen nicht wirklich lang halten wird. Ja, und es hat sich so am Anfang so ein bisschen rauskristallisiert, dass wohl Mercedes ein bisschen mehr mithalten kann. Hat sich aber dann so Q, äh Quatsch, Q3, äh im dritten Training relativ wieder, ja, normalisiert. Die Abstände waren aber trotzdem wieder sehr gering, also man hat da auch ein paar Kandidaten gesehen, wo man sich gedacht hat, Mensch, die könnten da vorne ein bisschen reinfahren. McLaren war da jetzt wieder recht gut dabei. Auch Alpine mit Fernando Alonso sah da relativ stark aus zwischenzeitlich. Ja, und auch die Aston Martins haben zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen aufhorchen lassen. Also alles sehr knapp, wie gewohnt in Österreich. Kurze Strecke, kurze Abstände. Ja, versprach auf jeden Fall eine spannende Qualifikation. Ja, würde ich sagen, ich weiß nicht, wenn du noch was hast für ein Training, würde ich sagen, wir können auch ins Quali reinspringen. Genau, springen wir ins Quali rein. Das war eigentlich eine sehr saubere Angelegenheit. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es irgendwelche Unterbrechungen gab. Nö, eigentlich nicht, ne? Ne, Unterbrechungen gab es keine. Es gab halt, da kommen wir aber dann später noch zu sprechen, es gab halt einen kleinen Zwischenfall, aber es ist auch nicht so die Welt. Richtig. Ja, dann fangen wir einfach mal vorne an mit Q1 rausgefallen. Also es ist tatsächlich, das waren fast schon wieder die zu erwartenden Personen, die rausgefallen sind. Das wären die beiden Haars, Mazepin auf 20, Mick Schumacher auf 19, wobei Mick Schumacher zeitweise sehr passable Zeiten gefahren hat, seinen Teamkollegen auf jeden Fall wieder richtig im Griff gehabt hat. Also da hat er eine halbe Sekunde zwischen sich und seinem Teamkollegen gelegt. Das war schon ungefähr der Abstand zwischen 1 und 10, irgendwie so in den Top 10. Schon heftig, also der Mazepin ist da nicht wirklich mitgekommen. Platz 18 Latifi im Williams, ja gut, konnte man auch mehr oder weniger erwarten. Der steht einfach wirklich im Schatten von George Russell, der kann da gar nicht mehr mitgehen. Eine kleine Überraschung oder eine mittlere Überraschung war dann Platz 17 mit Esteban Ocon, der das zweite Wochenende in Folge wieder nicht so wirklich die Spur findet in Österreich, ne? Ja, also entweder ist Österreich nicht seine Strecke oder das Auto liegt ihm gerade überhaupt nicht oder keine Ahnung, die Unterschrift hat ihm nicht gut getan. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau, also den hat sich Alpine jetzt erstmal, ich sage jetzt mal, für zwei, drei Jährchen ans Bein gebunden. Das ist natürlich ein sehr, sehr ungutes Timing von Ocon, dass er jetzt erstmal die zwei folgenden Trauferinnen wieder nicht so gut performt, während Alonso da um die Top 10 mitkämpft. Ja, macht keinen guten Eindruck. Alonso hat mittlerweile dadurch das Teamduell in der Quali wieder umgedreht, auf 5 zu 4 Stütz mittlerweile, glaube ich, für Alonso. Also der ist auf jeden Fall wieder da, ne? Naja, momentan ist Ocon ja auch nicht wirklich der Gegner. Wir müssen mal abwarten, vielleicht ist es auch einfach nur ein vorübergehendes Tief. Das hat ja Ocon in den letzten Jahren auch öfter mal, dass der ein paar Rennen auf einmal sich verschluckt hat und dann war er wieder da. Vielleicht ist es jetzt auch wieder so eine komische Phase, man weiß es nicht. Mal beobachten. Ja, Platz 16, Kimi Raikön noch ausgeschieden. Ja, das Chemie tut sich immer ein bisschen schwer mit den Qualis mittlerweile. Das war schon fast zu erwarten, dass er da auch in Q1 wieder mit rausfällt. Aber auch da, Giovinazzi hat Kimi momentan auch ziemlich im Griff. Also macht sich ein bisschen. Ja, auch da stellt sich halt die Frage, ist es jetzt, weil Giovinazzi besser geworden ist oder weil Kimi so leitet mir zu, dass ich sagen muss, abbaut? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Kimi da auch mittlerweile einfach diese letzte, altersbedingt diese letzte Bissigkeit im Quali einfach fehlt. Man sieht es im Topsport ja an vielen anderen Stellen auch. Ein Valentino Rossi kommt in der MotoGP auch nichts mehr so wirklich klar, speziell auf eine Runde. Also ja, ich befürchte, irgendwann ist halt einfach mal der Zenit überschritten. Und bei Kimi sind wir ja schon wie viele Jahre, wo der Zenit überschritten ist. Ja, wie alt ist er jetzt? 41? 41, ja. 41, ne? Also ist schon ein stolzes Alter für so einen Hochleistungssport, kann man ja schon sagen. Also man muss da wirklich sehr konzentriert sein, was man da macht. Ja, wobei er ja immer noch teilweise gute Rennen zeigt. Also der Steiermark-Rubrie war ja jetzt nicht schlecht von Kimi. Von hinten losgefahren und fast in die Punkte. Das war schon aller Ehren wert. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er das Fahren verlernt. Aber zumindest mal die Quali-Pace ist jetzt momentan nicht da, sagen wir es mal so. Ja, richtig. Ja gut, gehen wir in Q2. Gehen wir in Q2, genau. Da fange ich einfach mal von hinten an. Wir haben Platz 15 mit Antonio Giovinazzi, der ausgeschieden ist. Ja, auf Platz 14, Fernando Alonso. Und der ist da nicht freiwillig ausgeschieden oder nicht aus eigener Kraft. Denn da, du hast es schon angedeutet, gab es einen kleinen, ja, Inzidenz, sagen wir es mal so, ne? Einen kleinen Zwischenfall mit einem Herrn Vettel. Ja, es ist wahr, wohl wahr. Also vielleicht so als Erklärung. Es hat geheißen, in der vorletzten und der letzten Kurve muss tunlichst alles dafür getan werden, damit keiner irgendwie blockiert wird. Und tja, leider Gottes war da ein Alonso gerade auf seiner schnellen Runde. Ich glaube, der Vettel war auf seiner In-Lab, Out-Lab. Das war die Out-Lab, das war die Out-Lab. Also sprich, der hätte jetzt dann noch eine schnelle Runde hinten dran gehangen. Der war ja quasi direkt in der letzten Kurve im Apex mehr oder weniger schon drin, als Alonso da von hinten kam mit Vollspeed, der auf einer sehr guten Runde war. Also die hätte ihn locker ins Q3 gebracht, bin ich mir sicher. Ja, und dann stand ihm halt Vettel im Weg. Vettel konnte natürlich auch nichts mehr ausweichen. Und ja, Alonso hat sich dann lautstark beschwert am Funk, hat gemeint, das kann ja so nicht sein. Das muss auf jeden Fall eine Strafe geben. Die gab es dann auch später, plus drei für Sebastian Vettel, der erst mal noch ins Q3 weitergekommen ist. Aber ja, das war natürlich unglücklich. Also da ist Vettel natürlich auch angewiesen auf seine Ingenieure. Das war wohl auch ein Stück weit ein Folgeproblem, weil obwohl es eine Absprache gab, dass in den Kurven 9 und 10 nicht gebummelt werden darf, haben das wohl wieder mehrere Fahrer vor Vettel getan. Vettel war dann halt der Leidtragende, der der Letzte in der Reihe war. Und dann konnte er halt nichts mehr tun und standen halt im Weg rum. Und dann ist halt wieder die Frage, warum wird dann halt nur einer bestraft und nicht alle davor, die auch gebummelt haben, aber die halt nicht im Weg standen. Ja, das Blöde ist halt, er war halt dann wirklich so doof in der Strecke, er konnte auch nirgendwo ausweichen, weil es halt wirklich auch diese blöde Engstelle war, was hätte er machen sollen. Dann war er halt blöd da gestanden, also nicht gestanden, er war ja gefahren, aber er hat ihn halt einfach blockiert. Er hat sich auch extrem entschuldigt, weil er hat ja gesehen, dass er da den Alonso blockiert hat. Aber es hat halt auch nichts genützt. Und ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie Alonso da richtig abgegangen ist. Ja, die beiden ehemaligen Streithenner. Ja, genau. Nein, also Alonso hat sich ja später auch bei Vettel entschuldigt, hat er ja auch gemeint, nee, da konnte Vettel selber gar nichts dafür. Das war halt einfach ein Zusammenspiel vieler Umstände, die da halt zusammengelaufen sind. Und Vettel als Fahrer ist da halt einfach auch ein bisschen aufs Team angewiesen, dass die ihm halt dahin navigieren und so durchs Feld oder über die Strecke lotsen, dass halt niemand mehr im Weg steht. Platz 13, da ist der erste McLaren schon. Denn Ricciardo, der wieder ein bisschen geschwächelt hat, speziell wenn man einmal mehr auf die Performance des Teamkollegen schaut, der es sehr spät noch Erwähnung finden wird. Ja, er tut sich da echt schwer, speziell auf eine Runde. Ja, er tut sich generell schwer, aber das hatten wir jetzt auch schon des Öfteren besprochen. Er muss seinen kompletten Fahrstil ändern. Es ist halt die Frage, klar, die Saison ist noch Anführungszeichen relativ lang, aber es ist halt die Frage, ob er das überhaupt schafft, das wirklich sich so umzustellen, dass er das Maximum, so wie ein Norris da aus dem Auto rausholen kann. Das steht halt in den Sternen. Ich meine, Vettel hat sich damals auch extrem schwer getan, als in den letzten Zügen seiner Red Bull-Ära da auch einige Sachen sich geändert haben. Da ist er auch in dem Auto nichts mehr so hundertprozentig klargekommen und hat es auch nie geschafft, da wirklich hundertprozentig auf den grünen Zweig zu kommen. Ja, bei Ferrari dasselbe Spiel dann, genau. Ja, richtig. Deswegen war jetzt auch so meine Anspielung ganz am Anfang so. Macht Ricciardo den Vertrag mit McLaren dicht? Also macht er das halt, zieht er das durch? Oder schaut er sich auch irgendwann nach Alternativen um, wenn er halt merkt, hoppla, sein Image leidet halt ein bisschen zu sehr, dadurch, dass er halt mit dem McLaren nicht klarkommt. Das ist halt die Frage, ob der McLaren dann halt nächstes Jahr besser für ihn funktionieren wird. Das kann er jetzt wahrscheinlich noch nicht wissen. Es ist halt ein kleines Risikospiel, wenn es blöd läuft und er bleibt da jetzt 1, 2, 3 Jahre bei McLaren, dann läuft ihm halt ein Lando Norris komplett den Rang ab und er versinkt ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit, obwohl er es mit anderen, ich sage jetzt mal, mit anderen Werksmitteln vielleicht wieder mit den Leuten aufnehmen könnte. Aber bei McLaren schaut er momentan halt ein bisschen unglücklich aus. Ja, das müssen wir abwarten. Ich denke, da sind die Internas interessanter zu wissen. Vielleicht verbessert er sich ja auch. Man sieht es vielleicht als Außenstehender nicht. Ist halt schwer zu sagen. Ich meine, wir haben jetzt das zweite Mal die Strecke gefahren. Warum soll er jetzt da viel besser abschneiden als letzte Woche? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Naja, andererseits, man hat jetzt genau, man kann das auch umgekehrt argumentieren. Man kann jetzt sagen, okay, es liegen alle Daten vor. Man sieht, wo ein Lando Norris auf der Strecke besser war, wo ein Ricciardo Spielraum hat. Also wenn nicht, also das ist eine ideale Situation, um sich zu verbessern in der Hinsicht. Besser kann man es eigentlich nicht treffen. Wenn es da nicht klappt, dann wird es sich wahrscheinlich das ganze Jahr schwer tun. Da gehe ich fest von aus, dass es sich das ganze Jahr schwer tun wird. Aber er muss auch allmählich mal aufpassen. Ich meine, er steht ja schon auch im Team- und Fahrerlager so ein bisschen. Wenn er jetzt wieder irgendwo hin wechselt, es ist halt ein sehr, er gilt ja so ein bisschen so als, er wechselt ganz gerne mal schnell. Ich weiß nicht, ob ihm das gut tun würde. Ja, also er hat ja auch jetzt da vor ein, zwei Wochen noch verlautbaren lassen. Also im nächsten Wechsel überlegt er sich ganz gezielt, beziehungsweise er will nicht mehr so schnell wechseln. Wie gesagt, ist halt einfach echt die Frage, ob er da mit McLaren irgendwann oder auf lange Sicht glücklich wird. Lando Norris ist morgen dann auf jeden Fall das Daim-Team. Und da wird er sich schon wirklich sehr arg strecken müssen, der Daniel Ricciardo, um da halt auf das Niveau wieder zu kommen. Ich denke, das wird sich zeigen. Vielleicht macht es auch irgendwann mal Klick und er kann halbwegs mithalten. Ja, zu hoffen wäre es. Zu hoffen wäre es. Also mir tut der Ricciardo echt ein bisschen leid, weil er kann ja fahren, er ist ein Rennsieger. Er hat ja auch mit Max Versappen gut mithalten können. Er kann es, er hat es bewiesen. Und dass er da gegen Norris ein bisschen ins Hindertreffen gerutscht ist, das liegt mit Sicherheit nicht nur an Ricciardo. Ja, definitiv. Die Zeit wird es zeigen. Mal gucken, was passiert. Gut, dann gehen wir weiter. Die Plätze 12 und 11, das belegen die beiden Ferraris. Charles Leclerc auf 12, Carlos Sainz auf 11. Erstmal muss man wieder sagen, natürlich super Leistung von Carlos Sainz, dass er sein Teamkollegen geschlagen hat. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so unüblich. Also Sainz macht da wirklich einen verdammt guten Job. Ja, und die beiden Ferraris sind trotzdem natürlich jetzt nicht in den Top 10. Aber ich glaube, die haben es auch nicht wirklich darauf angelegt. Also die haben am Wochenende schon gemerkt, okay, der rote Reifen, das ist jetzt nicht unbedingt der Reifen, mit dem sie fahren wollen. Sie sind auch in der Quali immer mit dem gelben Reifen gefahren. Und die haben sich wohl gesagt, nö, lieber fahren wir den gelben Reifen, als mit dem roten losfahren zu müssen und zwei Plätze vor uns. Weil, ja, daher müssten sie wahrscheinlich nach fünf Runden gleich in die Box. Ja, Ferrari wird auch nicht gelernt haben. Ich habe so den Eindruck, die letzten zwei Rennen haben sie langsam ihre Taktik so geändert. Also nicht, dass sie auf Gedeih und Verderb irgendwie eine gute Platzierung rausfahren, sondern die stellen das Auto aufs Rennen ein. Das ist ja mal ganz was Neues zurzeit. Genau, das haben sie ja nach Baku. Genau, es ist der einzig richtige Weg, den sie machen können. Ich meine, sind wir ganz ehrlich, ob die jetzt von 9 und 10 oder 7, 8 starten oder von 10, 11. Es ist egal, weil das kann man im Rennen, wenn das Auto soweit funktioniert, auch noch locker wieder rausholen. Ja, wir haben es in Frankreich gesehen. Es hilft halt nichts, wenn der eine Fahrer in der zweiten Stadtreihe steht, aber dann im Rennen beide Fahrer aus den Punkten wurzeln. Das hilft dir halt nichts. Am Ende gibt es am Sonntagabend die Punkte und dann ist es halt wahrscheinlich gescheiter, ganz knapp außerhalb der Punkte loszufahren, aber dann halt wenigstens eine Chance, auf Punkte zu haben. Ja, richtig. Nee, war diesmal eigentlich die beste Entscheidung. Genau. Ja, einen haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, der bisher immer Erwähnung gefunden hat. Wer ist denn das in Q1 und 2 oder sagen wir mal in Q2 meistens? Also noch haben wir Platz 10 und zwar ist es Lance Stroll mit Aston Martin, aber ich denke, du willst auf Platz 9 raus mit Charles Russell. Ja, richtig, genau. Also ich wollte eigentlich mal jemanden loben, der es endlich mal geschafft hat, den Williams ins Q3 reinzubringen. Allein die Q2-Leistungen waren ja bisher immer jedes Lobes wert und diesmal hat er es tatsächlich geschafft, nachdem er das letzte Wochenende noch um 8.000 vorbeigeschrammt ist, hat er es diesmal tatsächlich geschafft. Ich glaube, es war auch gar nicht so viel mehr Abstand. Diesmal waren es tatsächlich, ich glaube, 7.000 oder 8.000 wieder, aber diesmal halt zu seinem Gunsten und er ist reingerutscht. Ja, ist aber teuer erkauft gewesen, also auch von Stroll und Vettel, weil die haben ja sich mit Rot qualifiziert. Stroll und Vettel mit Rot, ja. Charles Russell hat es aber tatsächlich mit Gelb geschafft. Ach, hat er das mit Gelb? Okay, ich habe mir das mit Rot markiert. Ja, dann, perfekt, noch besser. Da gab es in der Quali nämlich noch einen interessanten Funkspruch in Q2, das war nämlich auch von Charles Russell, der nach seinem ersten Run, den er mit Rot gemacht hat, noch gesagt hat, hoppla, ich glaube, das war ein bisschen zu schnell. Wo das Team noch geantwortet hat, ja, also wenn Schnelligkeit unser Problem ist, dann sind wir da schon ziemlich zufrieden. Und dann hat Russell die Zeit mit den Gelben noch mal verbessern können im zweiten Run und hat sich dann mit den Gelben Reifen auch noch für die Top 10 qualifiziert. Also das muss man halt wirklich mal hervorheben, dass er da mit den Medium Reifen in die Top 10 reinfährt, mit dem Williams. Das ist schon wirklich bombastisch von der Leistung her. Ja, sehr gute Leistung. Genau, dann hat er in Q3, du hast es schon angedeutet, den Lance Stroll noch geschlagen. Die beiden Aston Martins waren auch sehr kompetitiv auf eine Runde. Sebastian Vettel dann eben auf Platz 8. Gut, der hat dann nochmal später die plus 3 Strafe bekommen. Lance Stroll mit 10, ich würde mal sagen, auch das Mindestziel erreicht. Riecht auf jeden Fall oder roch auf jeden Fall mal nach guten Punktemöglichkeiten für die beiden Aston Martins. Aber auch da sage ich nochmal, teuer erkauft mit Rot. Ja, genau, richtig. Auch teuer erkauft mit Rot, das sind die nächsten beiden Positionen. Das waren Yuki Tsunoda und Pierre Gasly auf 7 und 6. Erstmal, denke ich mal, muss man auch bei Tsunoda sagen, wieder ein blitzsauberes Quali. Hat das Auto ungefähr da hingestellt, wo auch Pierre Gasly das Auto hingestellt hat und das ist aller Ehren wert. Ja, und die beiden haben sich auch in eine, ich sage jetzt mal, sehr aussichtfreiche Position gebracht. Aber natürlich, der rote Reifen, ja, ein kleiner Mangel für den Start und auch der Alpha Tauri hat ja schon gezeigt, ist nicht immer das sanfteste Auto zu einem Reifen. Ja, richtig. Aber dennoch, Tsunoda hat es echt mal wieder gut gemacht. Er lässt allmählich mal so aufblicken, er ist ein großes Talent und er zeigt es allmählich mal auf der Straße und das ist sehr gut. Ja, genau. Ja, dann gehen wir weiter zu zwei Fahrern, die wir da noch nicht erwartet hätten, oder? Jedenfalls nicht so extrem, ja, das ist wohl wahr. Und zwar auf Platz 5 ein Valtteri Potters und auf Platz 4 ein Lewis Hamilton. Und man muss wirklich sagen, relativ chancenlos, auf die ersten zwei Plätze zu kommen. Ja, 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 richtig. Also die waren da wirklich mit Stumpf und Waffen gekämpft, ne? Also das ganze Wochenende, so auf eine Runde, das sah nicht wirklich schnell aus und, ja, so hat es dann am Schluss nur für die Plätze 4 und 5 gereicht. Vor allem, weil eben Sergio Perez dann nach hinten raus auch nochmal eine sehr gute Zeit hingelegt hat und sich auf Platz 3 qualifiziert hat. Richtig. Und da kann man auch gleich sagen, Sergio Perez, man merkt jetzt immer mehr, er fühlt sich wohl in dem Auto und er kann jetzt auch die Zeiten und die Platzierungen so hinlegen, wie sich das Red Bull im Optimalfall eigentlich vorstellt. Naja, fast im Optimalfall. Ja, fast im Optimalfall. Also, solange er sich vor den beiden Mercedes qualifiziert, ist, glaube ich, alles im Lot. Das ist ja das, was er machen soll im Idealfall. Dass er einen Max Verstappen im Regelfall nicht angreifen wird, das ist ja jetzt bekannt. Also, ich meine, Max Verstappen ist halt nun mal einfach der Nummer 1 Fahrer bei Red Bull und das nicht ganz zu Unrecht. Ja, und dann die Sensations 2. Ja, richtig, genau. Wir haben zwei Mercedes schon erwähnt, wir haben einen Red Bull schon erwähnt. Da fragt man sich natürlich, hm, Also, ein Fahrerfehler noch, das ist Max Verstappen, gut, okay. Aber wer ist denn dann der Zweite in der ersten Stadtreihe? Ja, wer ist denn dann der Zweite in der ersten Stadtreihe? Da kommt ein Landon-Lorris mit einem McLaren und ein Kado hat es etwas weinend hingenommen, befürchte ich. Ich befürchte auch, ja. Und das krasse ist, der Abstand zur Pole Position von Landon-Royce, die war ja auch nicht wirklich existent, ne? Ja, das stimmt, aber da muss man auch wieder vorsichtig sein, wie halt das Auto eingestellt worden ist. Weil ich hatte da auch gleich die Befürchtung, oh, 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 wir werden doch nicht das Auto so eingestellt haben, dass wir einfach im Qualifying so gut dastehen und im Rennen wird dann wieder nichts draus. Das war so meine größte Angst. Ja, naja, ich glaube, das kam dem McLaren wohl ein bisschen entgegen, dass die Reifenmischungen jetzt eine Stufe weicher waren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ansonsten vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil die ja eigentlich sehr sparsam mit dem Reifen umgehen, dass die dann umgekehrt ein bisschen Temperaturprobleme in der Quali haben könnten. Dementsprechend denke ich mal, dass Landon-Lorris sich da ein bisschen leichter getan hat, die Reifen ins richtige Fenster bekommen zu haben. Ja, und er hat halt einfach auch ein richtiges Feuerwerk abgezündet. Also der erste Run war schon richtig gut, der zweite Run war noch mal besser. Er hat Max Verstappen ja wirklich herausgefordert um die Pole Position und ist am Schluss tatsächlich nur um 48.000 vorbeigeschrammt an einer großen Sensation. Und da habe ich ja schon ein bisschen mitgefiebert. Und schade, dass es nicht für den ganz großen Knall gereicht hat, aber das ist allerdings eine riesige Leistung von Landon-Lorris, den McLaren in die erste Reihe zu stellen. Und das war, glaube ich, das erste Mal seit 2012, dass ein McLaren das erste Mal wieder in der Startreihe einsteht. Ja, also dann darf man nicht nur Norris gratulieren, sondern auch McLaren. Also die haben da wirklich einen absoluten Top-Job hingelegt. Richtig. Ja, bleibt am Schluss nur noch Max Verstappen übrig, der sich natürlich wieder mal die Pole Position gesichert hat im Red Bull Ring. Das war schon fast zu erwarten, ne? Ja, gerade nach den Trainings, das dritte Training hat das relativ deutlich gezeigt, ein Max Verstappen oder beziehungsweise Red Bull lassen sich da nicht die Butter von Brot nehmen. Ja, auch wenn es knapp war. Man muss aber dazu sagen, Max Verstappen war nicht hundertprozentig zufrieden. Also klar, Pole Position hat ihn schon gefreut, aber er hat dann auch vom Funk gesagt, also Leute, so wirklich das Gelbe vom Ei war das jetzt heute nicht. Da müssen wir mal gucken, da sprechen wir mal nach dem Quali drüber. Aber ich glaube, als der gesehen hat, hoppla, Norris, nur ein halbes Zehntel hinter mir, irgendwas läuft hier gerade falsch. Ja, entweder, es kann auch sein, dass Norris einfach seine Runde seines Lebens in Österreich hingelegt hat, das kann natürlich auch sein. Ich meine, Leclerc hat es, ich glaube, letztes Jahr ja auch ein paar Reihen hingekriegt, wo er gemeint hat, okay, ich brauche jetzt gar nichts mehr weiterfahren, es wird nicht mehr besser werden. Ja. Vielleicht war das auch so eine Zauberrunde. Passiert ja auch mal. Ja, richtig. Genau. Die Ausgangsposition für Max Verstappen hätte ja besser fast nicht sein können. Ich meine, ich habe einen Lando Norris neben mir, ich habe ihn mit den Teamkollegen, erst dann kommt der große WM-Konkurrent mit Lewis Hamilton, also fürs Rennen, waren die Vorzeichen somit ja schon ziemlich optimal. Ja, richtig. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, da gehen wir doch gleich mal ins Rennen, oder? Genau, ja. Im Vorfeld zum Rennen, es ist ja wieder so ein bisschen spekuliert worden, kommt Regen, kommt keiner, können wir schon auflösen, kam keiner, ne? Nein, es war 40% Regenwahrscheinlichkeit. Ja, vergesst es einfach. Ich habe im Vorfeld des Rennens noch, also ich habe wirklich ganz, ganz, ganz knapp zum Rennsteller das eingeschaltet. Aber ich habe noch mitbekommen gehabt, dass Russell wohl ein bisschen Probleme gehabt haben soll beim Aufs-Grid-Fahren. Ich weiß nicht genau, was da der Auslöser gewesen sein soll oder ob sich das dann vollständig geklärt hat. Hast du da irgendwas mitbekommen? Ne, weil ich habe auch ganz knapp vom Rennen erst einschalten können. Ich hatte da auch noch was anderes zu tun. Ne, habe ich nicht mitgekriegt. Okay, ne, also Russell muss wohl gefunkt haben, das Auto fühlt sich nicht so hundertprozentig an. Was es jetzt genau war, das haben wir jetzt beide dann in dem Zustand oder halt nach dem Rennen jetzt direkt noch nicht mitbekommen. Aber man kann ein bisschen Entwarnung geben, also das Auto ist im Rennen erstmal gelaufen. Also der ist ein Barmer, also er muss wohl ein Barmer so rein rausgefahren sein, aber hat es dann im Endeffekt dann doch abgestellt in die Startlinie und dann hat man nichts mehr gehört Negatives. Ja, trotzdem, wir haben es letzte Woche schon thematisiert, Russell hat scheinbar wirklich so einen ganz kleinen, eher so eine Anziehungskraft für Problemstellen, wenn er mal in Punktenähe ist. Man kann auch immer viel reininterpretieren, ja, mein Gott, sind wir ganz ehrlich, er fährt ein unterlegenes Auto, es ist, es ist eh ein absoluter Glückspunkt, wenn er sich mal einen einfährt. Ich denke, er hat nichts mit Becht zu tun, er hat halt einfach ein scheiß Auto und dann kann er machen, was er will und es ist halt einfach so. Ja, gut, nee, dann gehen wir doch mehr direkt zurück zum Start, oder? Jo. Genau. Der war ja heute relativ schnell, also ich habe mich echt gewundert, wie schnell die Lichterausgangs sind und Landon Neues hat einen sehr guten Start gehabt, also der konnte ja Versappen fast schon um die Führung herausfordern. Trotz alledem, Versappen hat gleich mal abgeblockt, ist direkt nach innen gefahren, auf die Kampflinie und dann hat sich erstmal alles so ein bisschen angependelt, also P1 bis P5, da hat sich jetzt gar nichts getan, ich glaube auch dahinter gab es keine großen Verschiebungen. Ja, und dann hatten wir kurz darauf auch schon gleich Safety Car. Richtig, und was man dann gesehen hat, war ein Ocon, der ganz deprimiert nach der zweiten Kurve oben gestanden war mit einem leicht schielenden rechten Vorderrad. Ja, das Vorderrad hat schon Winke-Winke gemacht. Ja, richtig. Also vielleicht zur Auflösung, er konnte da nichts dafür, er war einfach im Sandwich zwischen, ich glaube, Michael wollte ich wieder sagen, Mick Schumacher und Schovanazzi und ja, Mick Schumacher konnte nichts mehr weiter links rausfahren, also er hätte schon können, aber er hat ihn einfach nicht gesehen und Schovanazzi da war innen und er war halt blöderweise so ein bisschen versetzt in der Mitte, dann haben beide zugezogen und er war halt mittendrin und ja, dann war er schon wieder raus aus dem Rennen. Richtig, ja das war aber auch wirklich nur eine ganz leichte Berührung, das war auch ein Rennunfall, also wie du schon gesagt hast, da konnte niemand was dafür, ist halt ein ganz gewöhnlicher Vorgang, der halt im Start getümmelt passieren kann, aber es war halt einfach auch ein extrem blöder Winkel, wo halt Ocons rechtes Vorderrad getroffen wurde, also sowas habe ich bisher auch sehr selten gesehen und dann hing das Ding halt gleich einmal mit 90 Grad nach links, ja dann ist halt das Rennen vorbei, da war es die ganze Aufhängung, irgendwelche Strebe gebrochen und dann magst du halt nichts mehr als Fahrer. Ja, ist halt wieder das Typische, gerade jetzt erwischt du wieder einen Ocon, der eh nicht gerade seinen Lauf hat, man kann echt sagen, hat man mal Scheiße an den Schuh, dann hat man Scheiße an den Schuh. In dem Fall am rechten Vorderreifen, ja. Ja gut, ist halt die Frage, ob er da im Rennen noch viel hätte reißen können, also nach der Performance im Quali oder eigentlich die letzten eineinhalb Wochenenden, ich bin mir nicht so sicher, ob er da wirklich gut ausgesehen hätte, vielleicht war es wirklich auch besser, dass er das Auto gleich in der ersten Runde hat abstellen können und gesagt, okay, scheiß drauf, nächstes Rennen dann wieder Reset im Kopf und dann fangen wir ein bisschen von vorne an und dann wird es auch wieder besser laufen. Ja, ich denke auch, viel hätte es für ihn nichts gemacht, also ich glaube auch nicht, dass er großartig nach vorne gefahren wäre, aber dennoch ist es halt ärgerlich. Ich meine, für sein Selbstvertrauen ist es jetzt nicht dienlich, sagen wir es mal so. Ja klar, natürlich. Ja, es gab einen großen Startverlierer, den habe ich mir notiert, das war Charles Schwarzl, dummerweise. Der hat irgendwie in der ersten Runde gleich mal vier Plätze verloren, ist direkt aus den Punkten rausgefallen, von Platz 8 losgefahren und auf Platz 12 nach Ende der ersten Runde angekommen, ein bisschen doof, ja. Im Gegensatz dazu gab es aber zwei Gewinner, hätte ich jetzt mal gesagt, das waren Vettel und Leclerc, die jeweils zwei Positionen gut machen konnten, aber für Russell war das natürlich so ein kleiner Rückschlag direkt wieder. Was aber auch, bevor ich dir jetzt mal zu Wort kommen lasse, auch so ein bisschen so ein Russell-Ding ist. Die erste Runde ist bisher nie so seine Stärke gewesen am Start. Hast du die Wiederholung gesehen? Ich glaube, die hatten gar keine Wiederholung von seinem Start gezeigt, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ihm da ein bisschen die Düse gegangen ist. Also ich habe es gesehen, also die haben ja noch mal Startwiederholungen gezeigt, ich habe tatsächlich explizit mal auf ihn geachtet. Er hat sich halt versucht, ein bisschen aus dem größten Kuddelmuddel rauszuhalten. Er hat ein paar Linien gewählt, die nicht so hundertprozentig ideal waren und da war dann halt, also da war dann der Kamikaze-Leclerc, der da von hinten gekommen ist, der sich da wieder irgendwo reingedrückt hat und dann ist er auch ein bisschen, ja so ein bisschen der Platz ausgegangen. Da hat er sich wahrscheinlich gedacht, oh verdammt, ich lege in der Nähe der Punkte. Ich ziehe vielleicht doch mal zurück, gebe nochmal einen Platz auf und gucke eher aufs Große und Ganze. Ja, aber sind wir mal ehrlich, da hat er es genau richtig gemacht. Ich meine, es bringt ihm nichts, wenn er dann in der ersten Kurve dann auf einmal seinen Platz behält oder sogar noch einen gut macht, aber dann dafür rausfliegt, weil dann irgendwas anderes Bescheures passiert ist. Und er hatte wahrscheinlich auch so ein bisschen so die Düse, sagt er, bloß jetzt nicht das Auto irgendwie beschädigen oder sonst was, damit es mal Rennen versaut. Ich denke, er hat es richtig gemacht, das passt schon. Ja, richtig. Trotz alledem, das war natürlich auch erstmal ein kleiner Rückschlag, hat er natürlich erstmal wieder aus den Punkten rausgeworfen, aber er hatte ja immer noch den Vorteil, er ist mit den gelben Reifen losgefahren, vor allem waren jetzt genug Autos, die mit roten Reifen unterwegs sind, das waren dann eben die beiden Alfa Tauri und die beiden Aston Martin, das heißt, mit ein bisschen Strategieglück bekommt er die im Laufe des Rennens noch oder zumindest mal einige davon und dann ist ja der Weg zu den Punkten auch nicht mehr weit und er hat dann erstmal auch keine Plätze mehr verloren, er konnte sich dann erstmal so ein bisschen akklimatisieren, sag ich mal und das ist ja für Herrn Williams auch schon mal alle Ehren wert, dass er da so ganz knapp hinter den Punkten Rennen aufnimmt und sich da halten kann. Ja, auf jeden Fall, also bisher ist alles relativ gut gelaufen, ich meine, das Rennen ist lang, wer weiß, was alles passiert, passt schon, Hauptsache das Auto in der Startphase heil über die Bühne bringen. Genau, jetzt sind wir auf jeden Fall immer noch in der Safety Car, Runde 3, war dann Safety Car Ending, das heißt, das Auto von Ocon wurde geborgen, das ist ja dann recht gut abgestellt worden und dann konnte das Rennen wieder losgehen und Max Verstappen hat dann einen sehr überraschenden Start hingelegt beziehungsweise hat alle anderen hinter sich so ein bisschen ins Boxhorn gejagt und ein bisschen der Verlierer, das war dann Landon Norris, erst mal am Start. Er hat sein Restart komplett verpennt. Richtig, große Chance für Sergio Perez, der dann erstmal mehr so ein bisschen gekämpft hat, ein bisschen sich daneben gesetzt hat gleich über ein paar Kurven hinweg bis zur Kurve 4. da gab es dann einen Überholversuch von Perez, da wollte er tatsächlich dann vorbei, außen rum und da gab es dann eine kleine Szene, die folgeschwer für das restliche Rennen war. Ja, Perez hat versucht in der dritten, nee, warte mal, eins, zwei, vierten Kurve außen zu überholen, hat nicht ganz so geklappt, Norris hat auch seinen Weg, ist seinen Weg gefahren und dann ist halt irgendwann die Straße zu Ende gewesen und ist halt Perez ins Kies reingekommen und ist halt wirklich bis Platz 10 zurückgefallen. Ja, ich meine auch ein Zweikampf kann passieren, ist so, das ist Racing, man hat es probiert, hat nicht geklappt, aber es ist dann relativ zeitnah dann gleich passiert, dass eine Untersuchung gestattet worden ist für dieses Manöver. Gegen Landon Norris, genau, richtig. Ja, und das können wir glaube ich auch gleich aufklären, da gab es ein paar Runden später dann die Bestätigung, es gibt eine 5-Sekunden-Strafe für Landon Norris und ja, das war schon hart am Limit, also das war schon wirklich, da haben auch viele gemeint, auch die Kommandatoren, die Strafe ist mal definitiv zu hart, was ist im Zweikampf passiert, ich glaube Landon Norris hatte da auch nicht mehr wirklich viele Möglichkeiten, da Perez großartig Platz zu lassen, ich meine, der committet sich halt auch irgendwann für die Kurve, dann hat er halt einfach eine gewisse Geschwindigkeit drauf, dann kann er nichts mehr großartig runterbremsen in der Kurve, ja und dann ist halt einfach ein Perez dann außen, der halt auch nicht zurücksteckt und wie du schon sagst, irgendwann geht halt einfach mal die Strecke aus, dann ist halt ein Kies, worüber wir uns als Zuschauer alle sehr freuen, aber für den Perez war das natürlich in der Situation nicht optimal, der dann halt gleich mal zurückgefallen ist, halt Glück gehabt, dass er das Auto überhaupt noch abfangen konnte, ja und dann war halt für Perez das Rennen auch erstmal vorgezeichnet und auch für den Norris, der dann halt mit 5 Sekunden beim Boxenstopp kämpfen musste. Wir hatten beim Vorgespräch, haben wir schon ein bisschen gezankt, ich finde es einfach Schwachsinn, dass generell solche Strafen dann ausgesprochen werden, ich meine, wir sind da, um Racing zu sehen und die Fahrer sollen sich auf der Strecke bekämpfen und wenn jedes kleines Scharmützel dann gleich unter Beobachtung gestellt wird und auch noch gleich Strafen ausgesprochen, ja sorry, aber irgendwo ist das dann auch kein Rennsport. Ja, es ist auf jeden Fall eine folgeschwere Strafe, denn ja, wir werden sehen, what goes around comes around, wie der Engländer so schön sagt. Mhm. Ja, wie heißt es so schön Neudeutsch, Karma ist eine Bitch. Richtig, genau. Aber gut, wir gehen erstmal weiter, Runde 6 gab es die nächste Untersuchung, diesmal gegen Giovinazzi, der bei der Einfahrt der Boxenlinie jemanden überholt hat, das muss wohl noch hinter dem Safety Car gewesen sein. Genau, der hat wohl schon überholt vor der Safety Car Linie, es gibt ja diese besagte Linie davor, erst ab dann darf überholt werden nach dem Safety Car, nach dem Restart und er muss wohl schon davor überholt haben und auch bei ihm gab es dann eine Untersuchung und wenn erstmal so eine Untersuchung kommt, dann sind eigentlich schon die Fakten klar, dass da eine Strafe kommen wird. Also heute ganz besonders, ja, die Stewards waren und feiern, das kann man so viel schon mal sagen. Oh, die hatten Spaß, die hatten Spaß. Richtig, genau, also da gab es dann später auch wieder eine Fünf-Sekunden-Strafe dafür, somit auch für Giovinazzi das Rennen ein bisschen vorgezeichnet, gut, andererseits, der sitzt dann mit dem Alfa Romeo sowieso ziemlich weit hinten, ob der jetzt nochmal fünf Sekunden oben drauf kriegt oder nicht, das ist für sein Rennen glaube ich jetzt nicht so relevant gewesen. Ja, richtig, richtig. Ja, dann ging das Rennen eigentlich so weiter, dann ist erstmal nicht mehr groß, was passiert. Ja, richtig. Trotz alledem, die Reihenfolge vorne ist ja erstmal so geblieben, also wir hatten einen Versappen, der sich vorne ein bisschen lösen konnte, dahinter aber dann eben Lando Norris, der sich tapfer gegen die beiden Mercedes verteidigt hat und, das habe ich mir in Runde 8 notiert, trotz der S konnte sich vorne halten. Ja, der hat sich ja mit Hände und Füßen dagegen gewehrt, er hat ja auch ein paar Mal gefunkt, ob das Not tut, ob das so sein soll, anscheinend war das so geplant, dass er so lang kämpft, wie er nur kann. Ja, ganz so Gegenzug zum Steiermark-Rubrie, wo er relativ schnell die beiden Fahrer hinter sich durchgelassen hat, ich glaube das waren ja auch die beiden Mercedes, oder? Ne, Quatsch, das war Bottas und Paris waren das in dem Fall und hier hat er sich aber tatsächlich gewehrt und auch sehr gut gewehrt und Hamilton hat trotzdem keinen Weg vorbeigefunden und ja, du hast recht, es gab dann irgendwann nochmal einen Funkspruch, wo Norisk fragt hat, macht das jetzt hin im Sinne der Strategie und dann hat das Team gemeint, naja, also du hast ein bisschen Reifenbelastung hinten links oder rechts, ich bin mir nichts mehr sicher, aber wenn du das, wenn du den Hamilton hin und dir halten kannst und den Reifen ein bisschen im, ja, ich sage es mal im Rahmen behältst, dann ist alles gut, dann kannst du kämpfen, du musst ihn nicht durchlassen. Ja, wie du so sagst, also der Hamilton hat sich da wirklich die Zähne ausgebissen, er hat alles mögliche versucht, er ist aber ums Verrecken nicht an Norris vorbeigekommen. Richtig, genau. Ja, und anfangs sah das erst noch wie ein Dreierkampf aus zwischen Norris und den beiden Mercedes, aber in Runde 10 habe ich mir gleich notiert, hm, irgendwie der Bottas kommt da nicht mit, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Plan ist oder nicht, aber er hat schon zwei Sekunden Abstand auf die beiden vor ihm, äh, das war ein bisschen, keine Ahnung, ich bin bei Bottas immer so ein bisschen vorsichtig, ob das, was er jetzt macht, nach Plan ist oder nicht. Ja, ist halt schwer zu sagen, was da Mercedes dann teilweise für Taktiken dann im Hinterkopf hat, keine Ahnung, kann ich auch nicht sagen, aber Hamilton war dennoch immer permanent eine halbe Sekunde, wenn er jetzt sogar noch näher an Norris dran, also der hat sich wirklich da rangezeckt und hat auch nicht mal losgelassen. Genau, ja, dann Runde 12 ging es für einen Mercedes Motor nach hinten, das war George Wessel, der dann doch mal einen Platz verloren hat gegen Carlos Sainz, der ebenfalls beim Start ein paar Plätze verloren hatte, ja, und Sainz war mit dem harten Reifen unterwegs, Russell mit dem Medium Reifen, ja gut, ich meine, dass ein Ferrari da mal an einem Willems vorbeifahren darf, das ist glaube ich in Ordnung. Ja, richtig, ich habe mir da auch notiert, dass es zwei Fahrer gab, die sich da ein bisschen vorgeschummelt hatten auch und zwar zu diesem Zeitpunkt war nämlich ein Vettel auf acht und ein Riccardo war auf neun, also der hat sich in der ganzen Dovabo hat er sich da so ein bisschen vorgeschummelt. Richtig, den haben wir ja gar nicht erwähnt, den habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber du hast recht, der war da relativ weit vorne zu finden und die haben ja da auch ein lustiges Rüppchen da vorne gebildet, die beiden erst Martin, ich glaube der Yuki Tsunoda war ja auch noch davor, der das ein bisschen in den Trainer ein bisschen gebildet hat und mittendrin eben den Riccardo, der dann hinter Vettel hinterher gefahren ist. Ja, richtig, das war diese Kombination Tsunoda auf sechs, dann Stroll auf sieben, acht Vettel, neun Riccardo und Perez auf zehn war auch dahinter, also dieses Rüppchen, die haben viele Runden, sind die hintereinander hinterher gefahren, dann hat man der eine etwas gewinkt, dann hat der andere etwas gewinkt und wollten überholen, aber im Endeffekt ist da erstmal nichts passiert auch. Genau, ja aber Pierre Gasly hat auch einen sehr guten Job gemacht, wenn wir sowieso schon bei dem Rüppchen sind, der ist nämlich vor Tsunoda so eine kleine Lücke rausgefahren, das ist auch so ein bisschen nur im Radar, glaube ich, durchgefallen. Ja, die generell sind die Alpha Tauri so ein bisschen rausgefallen, die sind da vorne rumgefahren, die hat man aber nicht wahrgenommen, war total komisch. Aber wer sich auch extrem abgesetzt hat, also da bin ich jetzt mittlerweile schon in Runde zwölf, war ein Verstappen, weil der hat nämlich zu dem Zeitpunkt jetzt schon 5,5 Sekunden Vorsprung vor einem Norris und Hamilton gehabt. Ja, das hat glaube ich Mercedes so gar nicht gefallen von der Taktik her. Das auf jeden Fall, aber das war ja eigentlich auch nur folgerichtig, also dass Norris die Rennpace von einem Verstappen nicht gehen kann, das war glaube ich zu erwarten und interessant war es eigentlich aber, dass das eben Mercedes so Schwierigkeiten hatte mit McLaren da quasi dran zu bleiben beziehungsweise vorbeizukommen. Also dranbleiben, das ging ja verhämmelt noch, aber vorbeikommen, wir hatten es ja schon thematisiert. Naja, das Problem ist, der McLaren ist ja ein Haufen Mercedes-Motor drin, das heißt, auf der Geraden kann der auch Gas geben, so ist nicht. Ja, richtig, ja. Und speziell am Kurvenausgang war der McLaren wirklich gut, also der hat da teilweise wirklich nochmal so ein Zehntel oder zwei draufgepackt und das war dann halt die Lücke, die er halt gebraucht hat, um halt am Ende der Kurve vorne zu bleiben, trotz der er ist. Richtig, man muss aber auch sagen, man hat es sehr gut auch im Fernsehen dann gesehen, der Norris hat es aber auch immer sehr geschickt gemacht, also der hat ihn wirklich immer zum richtigen Zeitpunkt, ja nicht ausgebremst, aber wirklich den Abstand dann halten können, so, dass ein Hamilton zwar näher kam, aber nicht dran vorbei, das hat er echt gut gemacht. Ja, da gehört wirklich schon richtig viel Rennenintelligenz dazu und ich muss sagen, Norris mit den Leistungen, die er momentan zeigt, gehört auf jeden Fall für mich zu den, ja fast schon komplettesten Fahrern im Feld, weil er halt einfach die Pace hat, er hat einfach dieses, das Köpfchen, dass er sich ein Rennen einteilen kann, das macht er schon wirklich, wirklich gut. Deswegen hat es mich auch überrascht, dass er dann schon vor ein paar Wochen mit McLaren so lange verlängert hat, weil den sehe ich, definitiv in den nächsten Jahren ziemlich weit oben in der, in der Nahrungskette. Wir haben ja schon angesprochen, es gab unter Beobachtung Norris Peres wegen dem Vorfall, da gab es aber nach wie vor immer noch in Runde 12, noch, also in Runde 12 hatte ich mir notiert, gab es erst mal diese Benachrichtigung, dass es unter Beobachtung ist, es gab aber noch kein Ergebnis, weil das zog sich relativ lange eigentlich hin. Genau, richtig, das Ergebnis gab es dann erst in Runde 13, habe ich mir aufgeschrieben, da war es dann, ist es bekannt gegeben worden. Und dann hat wohl McLaren seine Taktik etwas angepasst, kann man so sagen, in Bezug auf Kampf mit Mercedes. Ja, man hat auf jeden Fall ein bisschen geguckt, wo fahren denn die Alfa Tauris rum, man hat ja versucht, quasi wenigstens vor denen dann rauszukommen, aber ich glaube, sie haben noch nicht wirklich mit ihrer eigenen Pace gerechnet zu dem Zeitpunkt. Gut, gehen wir weiter, Runde 13, da habe ich mir aufgeschrieben, das war dann die Pitwelle der Roten, also das waren dann die rotbereiften Fahrzeuge, da ging dann die Boxenwelle los, ich glaube, Zunota war der Erste, der in der Box war, und das hat dann, ja, von den Vieren, die auf rot unterwegs waren, so eine Kettenreaktion ausgelöst, da kam dann kurz darauf auch der Gasly und auch der Stroll und dann ein paar Runden später auch Sebastian Vettel, und damit waren die jetzt erstmal aus der Gleichung in den Top 10 raus, die haben sich erstmal wieder ziemlich weit hinten anstellen müssen, ja, aber die waren dann jetzt eben die nächsten paar Runden erstmal in der Box, und es gab von Bottas noch einen schönen Funkspruch, Jungs, ich fahre gerade nach Plan, und dann habe ich mir aufgeschrieben, okay, es gab vier Sekunden hinter Hamilton und Norris. Na, wenn das der Plan war, hat er es perfekt gemacht. Ja, genau. Ja, es ist immer schwer zu sagen, du weißt nicht, was Mercedes halt für Taktiken in der Hinterhand haben, also vielleicht hatten die da auch ganz andere Ideen, wie sie vielleicht an Bottas noch anders da einsetzen können, man weiß es nicht, schwer zu sagen. Ja, klar, aber ich meine, nachdem wir immer relativ viel schätzen über Valtteri Bottas, war das halt, sagen wir es mal so, eine etwas unglückliche Szene, wenn halt der Teamkollege vorne mit dem McLaren kämpft und er dann nicht mal mit dem McLaren da vorne mithalten kann, oder es zumindest so aussieht, als wenn er da nicht mithalten könnte. Das stimmt. Wahrscheinlich hätte er das schon, aber ja, vielleicht hat er ja Celiaus Frankreich gelernt. Ja, da haben sie wahrscheinlich eingetrichtert, wenn wir was sagen, machst du es, Punkt. Genau. Das ist der Plan, vor dem Schlafen gehen, fünfmal durchlesen. Gut, Runde 14. Es gab wieder einen Zweikampf und Perez war wieder involviert, zusammen mit Leclerc. Leclerc, das hat mich ein bisschen überrascht, dass Perez gar nicht so sehr den Druck nach vorne machen konnte, sondern ein bisschen nach hinten aufpassen musste. Und Leclerc, wir wissen es ja, seit dem letzten Wochenende, der ist auf Österreich wirklich sehr aggressiv unterwegs, immer wieder in Kurve 2 rein, sehr spät auf der Bremse. Teilweise hängt er da schon fast im Getriebe des Vordermanns drin und der hat sich da so ein bisschen vorbeigezwängt und es war ein sehr sehenswertes, aber halt auch wieder so ein typisch Leclerc-mäßiges, spektakuläres Überholmanöver. Ja. Ja. Sag mal so, ich möchte noch nicht weiter darauf eingehen, er hat wieder seine Brechstange rausgeholt und er hat es durchgezogen. Ja, wobei, an der Situation war es noch gar nicht so sehr Brechstange. Er hat es tatsächlich halt einfach klug gemacht, aber er sieht bei Leclerc halt immer so ein bisschen Brechstange-mäßig aus, weil er zuckelt dann immer ziemlich viel auf den Geraden rum, links, rechts, vorne, hinten und bremst dann immer ziemlich spät und ich weiß nicht, als Vordermann würde ich glaube ich verrückt werden, wenn ich jede Millisekunde das Auto in einem anderen Rückspiegel sehe. Ja, vor allen Dingen gerade bei Leclerc. Jeder weiß, denke ich, von den Fahrern, der ist unberechenbar und da hätte ich eher Angst, dass er mich abschießt, als dass er mich überholt. Ja, richtig. Also da hatte ich auch, ich war ja eigentlich schon seit dem Steiermark-Rampere, dass er irgendjemanden wegräumt auf Österreich. Bis hierhin hat er es auf jeden Fall noch nicht geschafft oder noch nicht gemacht, sagen wir es mal so. Er arbeitet dran. Genau, er arbeitet dran und er hat Perse überholt zu dem Zeitpunkt, das sind ein sehenswertes Manöver, das muss man ihm zugute halten. Aber ja, es ist halt immer scharf auf Kante und da kann auch jede Sekunde mal was schief gehen. Ja gut, das ist aber bei jedem Rennen so. Aber bei Leclerc ist es halt dann nochmal extrem erhöht, die Chance. Ja, richtig. Also der hat schon den Verstappen-Style drauf, also den jungen Verstappen-Style. Ja, das stimmt. Muss man wirklich so sagen. Runde 16, ich weiß nicht, hast du zwischen Runde 14 und 16 was? Ansonsten hätte ich noch so einen Funkspruch an Lewis Hamilton oder von Lewis Hamilton. Nee, habe ich nicht, nein. Runde 16, Hamilton-Funkt. Gib mir doch bitte mehr Power, ich möchte den Norris überholen. Hamilton hatte da echt böse zu kämpfen. Ich meine, man hat es jedes Mal gesehen, er hat engagiert gekämpft, aber man muss auch sagen, Norris hat sich gewehrt wie so ein Löwe. Das ist also, der hat sich auch gedacht, der hat sich so wie Gandalf da hingestellt und gesagt, du kommst nicht vorbei und fertig. Das ist unfassbar gewesen. Ja, richtig, genau. Nee, also der Zweikampf ist da weiterhin noch in vollen Zügen gewesen. Für mich, also für mich war das immer nur eine Frage der Zeit, wann kommt Hamilton denn jetzt endlich vorbei? Das hat mir echt Spaß gemacht, den Norris zuzuschauen, eben, dass Sotztria ist, der sich da erwehren kann. Das fand ich wirklich erfrischend. Ja, man hat aber auch gesehen, dass ein Norris wirklich auf der allerletzten Rille fährt. Ja, definitiv. Der hat alles aus der Kiste rausgeholt, was ging zu dem Zeitpunkt. und vor allem, ich habe ein bisschen auf die Linien von Norris geachtet, der hat wirklich jeden Millimeter der Strecke ausgenutzt, hat wirklich immer da Schwung holt, hat die Linien optimiert, also da war er auch besser als Hamilton. Ja, ich denke aber, als hinterherfahren, da ist es auch noch einen Tick schwerer. Du hast den vorherfahrenden im Blick, musst dich im Blick haben. Ja, und du spekulierst natürlich auch, wenn du einen Fehler machst, dass du dann gleich vorbeifährst. Ich finde, als hinterherfahrende hast du echt einen beschissenen Job, als der da vorne fährt. Klar, hast du auch einen, aber du kannst halt, finde ich, das etwas besser verwalten, wenn es so wirklich ganz nahe Kämpfe sind. Ja und nein. Also, ich meine, dadurch, dass der McLaren jetzt wirklich nicht unbedingt das schnellere Auto ist, musst du natürlich auch irgendwo seine Batterie managen, dass er halt auch noch genug hat auf den Geraden. Also, das heißt, der kann ja auch nicht einfach nur rumpimmeln irgendwo, sondern der muss ja schon auch immer gucken, okay, wo brauche ich denn jetzt wie viel Batterie, um halt das DRS von Hamilton hinten auszugleichen. Und Hamilton seinerseits, der macht ja dasselbe. Da guckt er natürlich auch, okay, ich brauche jetzt volle Leistung auf den Geraden, also spart er sich halt das bisschen in den Kurven und guckt dann halt eben, dass er aus Kurve 2 raus irgendwo halt die volle Leistung abruft. Ja gut, also ich meine, wir haben lange genug rumdiskutiert. Fakt ist, der Norris ist immer noch vor Hamilton und macht das jede Menge, macht jede Menge Spaß zum Zuschauen. Ja, richtig. Und dann kam er in Runde 20 rein. Dann gab es nämlich die Entscheidung von der Rennleitung, ob es eine Strafe gibt oder nicht. Und Norris hat eine Plus-Fünf-Strafe gekriegt. Ja, und da hat sich wohl die Taktik etwas bei McLaren geändert, weil dann ist ein Hamilton relativ einfach dann auch an einen Norris vorbeigefahren. Genau, das sah dann schon so ein bisschen wie Vorbeiwinken aus, ne? Ja, genau. Also macht dir auch Sinn, weil dann brauchst du auch nichts mehr kämpfen, so kurz auf Spitz. Wenn du eh fünf Sekunden Verlust hast, dann schaue ich lieber, dass ich mich nach hinten absichere und fahre das Rennen dann so sauber, wie es irgendwie geht zu Ende. Richtig, genau, weil das ist ja unrealistisch, dass ein Norris irgendwo einen fünf Sekunden Abstand gegen Hamilton rausfährt. Also, das ganze Rennen über innerhalb von einer halben Sekunde oder Sekunde, das ist ja komplett, also da kann ja, da kann ein Norris machen, was er will, aber da wird keine fünf Sekunden in den normalen Umständen rausfahren gegenüber dem Mercedes. Zu diesem Zeitpunkt war ein Hamilton dann auch schon weit abgeschlagen hinter Verstappen, weil der war zu dem Zeitpunkt schon 9,5 Sekunden weg. Genau, also ich habe mir dann auch so für Runde 24 später aufgeschrieben, so circa zehn Sekunden Abstand. Ja, genau, also da habe ich dann so ein bisschen im Auge behalten, was passiert jetzt eigentlich, kann Hamilton aufschließen oder was viel wahrscheinlicher ist, dass Verstappen den Abstand eher noch ein bisschen ausbauen kann, weil der konnte ja vorne die Reifen managen, während Hamilton ja wirklich Feuer geben hat. Ja, richtig, richtig. Feuer ist auch ein gutes Stichwort in dem Bezug auf Norris und Hamilton, weil es gab da noch zwei Funksprüche und da hätte ich ganz gerne zu dem einen auf jeden Fall noch eine Einschätzung von dir, weil das wurde nicht mehr wiederholt, das wurde nur einmal erwähnt. Da bin ich gespannt, also das eine, Norris hat dann erstmal gefunkt, Leute, die Bremsen von Hamilton sind richtig hinter Feuer. Das war aber nicht wirklich schwerwiegend, also da war wohl zwischenseitig mal, ich sage jetzt mal, die Kacke ein bisschen am Dampfen bei Hamilton, aber mehr auch nicht und dann gab es einen Funkspruch von Hamilton in der gleichen, ja, in der gleichen Minute, wo er gesagt hat, what a driver this Lando, wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt ein Lob oder ist das jetzt ein Spott, also so geht es jetzt in die eine Richtung, das sagt, meine Güte, dass der mich jetzt mit dem McLaren 20 Runden hinter sich halten kann, krasse Scheiße oder ist es eher so ein, was macht der da für eine Dummheit da, dass er 20 Runden lang mit mir kämpft, da warst du sowieso, dass er keine Chance hat. Wie schätzen du das ein? Ich glaube, das war pure Anerkennung von Hamilton. Ich glaube, das war eher so ein kleiner Ritterschlag Richtung Norris, dass der da wirklich so hart gefeitet hat, weil er hat es ja auch mitgekriegt, dass dann Norris fünf Sekunden kriegt und dann hat er ihn ja quasi vorbeigewunken. Ja, ich glaube auch, dass es in die Richtung ging. Also muss man auch mal sagen, schöne Aktion von Hamilton, dass er dann halt auch anerkennt, dass jemand mit unterlegendem Material, also in Anführungszeichen unterlegendem Material, halt so krass sich gegenwert. Ja, das haben wir ja auch die ganze Zeit gesagt, er hat gekämpft wie ein Wahnsinn und hat es echt schlau gemacht und ich weiß nicht, wie das weitergegangen wäre so im Rennverlauf, wenn die Strafe nicht gekommen wäre, weil dann hätte es ja eigentlich sich ändern können. Richtig, genau. Ich würde mal ganz kurz nochmal drei Runden zurückgehen, weil wir haben ein bisschen was übersprungen und zwar gab es noch eine Untersuchung, weil Yuki Tsunoda auch nochmal in die Box gekommen ist, da gab es über fahrenderweise eine Linie in der Boxeneinfahrt, interessanterweise, also häufig passiert das ja eher so am Boxenausgarten, aber hier wurde das auch bei der Boxeneinfahrt, nee, das ist glaube ich immer, dass auch bei der Boxeneinfahrt geguckt wird, Ja. Ja, gut, es wurde untersucht, klar, folgerichtig, gibt es auch eine 5 Sekundenstrafe, trotzdem mal im Hinterkopf behalten, Yuki Tsunoda, weiße Linie, 5 Sekunden, das wird später nochmal ein Thema werden. Also ich habe mir zuerst in meine Notizen reingeschrieben, finde ich ein bisschen lame quasi, also ein bisschen lächerlich, dass sie da so die Strafe machen, andererseits, es ist halt einfach so in der Regel, es ist kommuniziert, du darfst es nicht überfahren, gut ist, ja gut, ist halt passiert, schwamm drüber, beim nächsten Mal macht das besser. Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. Genau, in der gleichen Runde ist auch dann Daniel Ricciardo an Sebastian Vettel noch dabei gegangen, also das noch so kurz als kleiner Rückblick, Runde 17 sind wir da jetzt gerade nochmal ganz kurz, da sind dann die Reifen von Vettel einfach endgültig eingebrochen, Vettel war dann eben der Letzte, der auf den roten Reifen noch unterwegs war, ist dann auch in Runde 17 noch an die Box gekommen, ja und dann können wir jetzt eigentlich wieder vorstoßen, wo wir eigentlich waren, das war dann eben in Runde 20 haben wir gerade noch beendet gehabt, Runde 24 hatte ich dann eben die 10 Sekunden mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, wann geht es denn bei dir weiter in den Notizen? Ich habe mir nur noch Runde 29 aufgeschrieben, dass es da ein sehr spannender Kampf zwischen Ricardo Leclerc und Perez war um P5, weil die waren alle drei innerhalb von einer Sekunde gelegen, also da und jeder hat jeden angezickt und angestoßen, sagt dem oder hey, ich möchte jetzt vorbei, war sehr schön anzusehen, das ging auch über ein paar Runden. Ja richtig, genau, also auch da hat sich Ricciardo mit dem McLaren sehr gut verteidigen können, da hat der Ferrari von Leclerc keinen Weg dran vorbeigefunden, obwohl er sie und da mal so ein bisschen angedeutet hat und sehr, sehr, sehr aggressiv gekämpft hat, aber auch Perez hat sich dahinter gedacht, also Leute, ich hätte ja auch ganz gern mal wieder Bock hier ein bisschen weiter fahren zu fahren, hat immer mal wieder so ein bisschen bei Leclerc angeklopft. Als nächstes habe ich mir dann einfach die Boxenstops aufgeschrieben, dann gab es ja die große Boxenstop-Phase mit den Gelbbereiften. Genau, richtig, die dann von 130 losgingen, da war dann natürlich auch der Boxenstopp von Bottas und von Norris, wo es dann natürlich folgerichtig aufgrund der 5-Sekunden-Strafe für Norris dann den Platzwechsel gegeben hat, ja und also da sind wir uns glaube ich sicher, wäre die 5-Sekunden-Strafe dann nicht da gewesen, dann hätte Norris den zweiten Platz da auf jeden Fall oder den dritten Platz da auf jeden Fall behalten. Ja, vielleicht so am Rande, vielleicht hört sich das auf jemand an, der nicht so regelkonform ist, dadurch, dass er die 5-Sekunden-Strafe gekriegt hat, durfte er beim Boxenstopp nicht sofort behandelt werden, sondern erst muss in 5 Sekunden gewartet werden, also die Strafe absitzen und dann durfte die Crew es und das hatte eben Bottas dann ausgenutzt und konnte dann bequem an ihn via Boxenstopp vorbeifahren und hat sich dann den Platz so geschnappt. Genau, ja und dann gingen aber auch im Prinzip die führenden anderen an die Box, das heißt ein Hamilton war mit drin, ein Versappen war folgerichtig mit drin und hinten im Mittelfeld natürlich auch die ganzen Geldbereiften, die dann auch schon entweder schon drin waren oder eben jetzt mit reinkamen und als einziger länger draußen geblieben, das war dann eben wieder Kimi Rai-Kön, der dieselbe Strategie wie letzte Woche gefahren ist, mit dem weißen Reifen, der sehr lange unterwegs gewesen ist und Carlos Sainz, der ja auch noch mit dem weißen Reifen unterwegs war, der dann auch wieder dieses Long Game probiert hat mit der Ferrari und auch das wieder sehr vielversprechend ausgesehen hat. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, Boxenstopp's gegen alle problemlos über die Bühne, außer bei Paris, da hat ein bisschen das vorderen linke Rad geklemmt, war aber jetzt kein Beinbruch, ich glaube, der hat eine Sekunde verloren insgesamt, also das war jetzt nicht so die Welt, obwohl eigentlich, naja, doch, behalten wir das mal im Hinterkopf, also er hat ungefähr so 1,1,2 Sekunden verloren beim Boxenstopp und ist dann rausgefahren, ist dann auch auf P10 rausgekommen und grundsätzlich sind sie alle auf hart rausgefahren, das heißt, war definitiv geplant, ein Boxenstopp, fertig, Rennen zu Ende fahren, ich würde jetzt nach dieser ganzen Boxenstopp-Geschichte mal durchgehen, wie dann die Platzierungen waren, ich habe mir dann ab Runde 40 habe ich mir einfach mal aufgeschrieben, wie dann die Platzierungen waren, dass wir einfach mal so einen groben Überblick haben, wie da die Fahrer so ungefähr waren, das war dann so grob bereinigt, zu dem Zeitpunkt waren glaube ich zwei noch nicht an der Box, wie gesagt, der Räikkönen und noch einer. Räikkönen und auch Russell war glaube ich erst relativ spät an der Box, der ist mit den Mediumreifen relativ lang gefahren am Anfang, aber der müsste zum Zeitpunkt der 40. Runde auch schon drin gewesen sein. Genau, der war schon drin, sehe ich gerade, genau. Also dann lese ich mir mal vor, auf Platz 1 war ein Verstappen auf 2, Hamilton, 3, Bottas, 4, Norris, 5, Sainz, der war aber dann zu diesem Zeitpunkt noch nicht an der Box, Gasly auf 6, Ricciardo auf 7, also auch ein recht gutes Rennen von ihm bisher, Perez auf 8, er hat so ein bisschen aufholen können, 9, Leclerc, 10, Zunoda, 11, Vettel, also der war auch in Punkte Reichweite, auf 12 war Russell, auf 13 war Stroll, 14 Alonso, 15 Raikönen, 16 Latifi, 17 Schovanazzi, auch der, muss man sagen, hat auch seine 5 Sekunden Strafe abgesessen, deswegen war er so weit hinten, dann auf 18 ein Mick Schumacher und auf 19 Massebin, zu dem Zeitpunkt war auch Ocon schon ausgeschieden und vielleicht, wenn wir es auch so wenig sagen, ein Mick Schumacher hatte in dem Moment auch ein Massebin komplett im Griff, also der hatte keine Probleme mit ihm, ihn unter Kontrolle zu halten. Genau. Ja, ergänzend zu der Positionierungsaufzählung, die du da so hattest, Lance Troll wurde da schon überholt, nämlich von George Russell, George Russell war in der 38. Runde in der Box, also relativ spät, hat dann, nee Quatsch, George Russell war ein bisschen früher, aber in der 38. Runde hat er dann den Platz 13 von Lance Troll abgenommen gehabt. So rum. War eigentlich auch ein sehenswertes Überholmanöver, weil Lance Troll da so, das sah eigentlich jetzt nicht so aus, als wenn, Russell da so richtig große Überholmöglichkeiten hat. Da hat Troll ein bisschen Platz aufgelassen und den hat Russell dann einfach gnadenlos genutzt und ist vorbegefahren. Ah, ich seh gerade in deinen Notizen, Runde 35 war der Funkspruch, weil den hatte ich mir nicht notiert, den hatte ich nicht komplett überhört auch, warum auch immer. Keine Ahnung, was ich da getrieben hab. Richtig, genau. Da gab es einen kleinen Funkspruch an Valtteri Bottas, der gemeint hat, du bei Kurve 10 bitte die Curves vermeiden. Der Hamilton hat sich da einen Schaden hinten links eingefangen, also da sind wohl wieder so ein paar Teile des Unterbodens weggeflext oder irgendwelche Teile, die halt am Unterboden montiert sind und dadurch hat der Hamilton dann auch zwischen, also der hat ja nach dem Boxenstopp gar keine wirkliche Chance gegen Verstappen irgendwie eine Schnitte zu sehen, also Verstappen ist ja fröhlich von der weiter weg gefahren. Ganz im Gegenteil, bei Hamilton hat man mal gesehen, der kann das Tempo plötzlich gar nicht mehr so wirklich mitgehen, der Abstand zu Bottas wird geringer und auch Landon Norris kommt da hinten wieder ziemlich nah ran. Ja, das war ja noch schlimmer, also bei Hamilton hat man ja richtig gesehen, hat gekämpft, das Auto überhaupt auf der Strecke großartig zu halten. Ja, und das sollte sich im weiteren Verlauf des Rennens noch als etwas schwerwiegender herausstellen, aber da kommen wir dann noch zu. Ja, richtig, also schlicht und ergreifend, Hamilton wurde sukzessiv langsamer. Ja, gut, dann muss ich mal kurz überlegen, wir waren jetzt 140, hast du was erzählt, genau, dann hat sich da mittlerweile wieder so ein kleiner 3-4-Kampf angekündigt, da hat nämlich Gasly so einen kleinen Train gebildet, der ja dann mit seinen Reifen auch schon wieder relativ lang unterwegs war, der hat ja schon sehr früh gestoppt, weil er am Start mit den roten Reifen unterwegs war, dann waren die Reifen auch schon wieder ziemlich durch und dann kamen die, die halt kürzlich erst gestoppt waren, nämlich Ricardo, Perez und Leclerc, die haben dann von hinten so ein bisschen angeklopft und wollten auch wieder ein bisschen nach vorne. Ja, und weil du es vorhin gemeint hast, Perez hat ein bisschen Zeit verloren, ja, aber er war voll Leclerc und das sollte auch nochmal wichtig werden. Also wir können auch gleich loslegen, weil das ist ja alles in Runde 41 passiert. Genau, richtig, Runde 41, wir erinnern uns noch, ganz am Anfang, es gab eine Szene zwischen Norris und Perez in Kurve 4, Norris hat quasi Perez bis, also naja, ich würde nicht sagen nach außen gedrückt, da war einfach kein Platz mehr für Perez. Ja, und fast dasselbe gab es dann wieder zwischen Perez und Leclerc. Leclerc hat sich dann nach außen rangebremst, war vielleicht ein bisschen weiter vorne, als es Perez gegen Norris war am Anfang des Rennens und ja, Perez hat seine Position behaupten wollen, hat sich ein bisschen weit raustragen lassen, hat Leclerc quasi in den Kies geschickt, ja, oder sagen wir es mal so, halt nicht unbedingt Platz gelassen und ja, Leclerc dann halt natürlich auch geschimpft wie ein Rohrspatz hat gemeint, hey, das kann er so nicht machen und dann gab es natürlich gleich folgerichtig eine Untersuchung. Tja, und wie die ausgegangen ist, kann man eigentlich auch gleich sagen, Perez hat eine plus 5 Sekunden Strafe gekriegt. Ja, das musste ja eigentlich auch so sein, also wenn ich die Norris Situation mit 5 Sekunden bestrafe, dann kann ich Perez an derselben Situation nicht anders bewerten. Ja, richtig, also da bleibt auch nichts anderes übrig, die Untersuchung, der Eintrag ging ein und relativ schnell kam dann auch das Ergebnis 5 Sekunden Strafe, also die haben da auch nicht großartig geguckt, die haben gesagt, ja, ist fast die gleiche Situation, bleibt eh nichts anderes übrig, 5 Sekunden Strafe. Das Kubiose ist eben, ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie beim ersten Szenario, da Red Bull gleich an die Rennleitung gegangen ist und gemeint hat, ey, 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 Strafe, das kann so nicht sein und ja, haben recht bekommen, ja, und dann passiert es Perez genau an der gleichen Stelle und ja, Karma ist eine Bitch, ne, und somit hat sich das eigentlich wieder ausgeglichen. Wie es in den Keys hineinruft, ruft es auch wieder raus, so ähnlich sagt man ja so schön. Genau so ist es. Ja, trotzdem nach der Ankündigung der Untersuchung fand ich einen Kommentar von Rolf Schumacher so interessant, der das für mich ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat. Mal schauen, wie die Würfel der Stewards entscheiden werden. Ja, die hatten heute keinen leichten Tag, also man hat ja vieles auch gar nicht mitgekriegt, das hat so der, äh, auch die Kommentaren so im Nebensatz erwähnt, es, weil die haben ja noch die anderen Bildschirme mit, mit diesen, äh, Track Limits und alles. Die Stewards waren ja permanent beschäftigt, erfahren, die Runden zu streichen und wegen Track Limits, äh, Haken zu machen, allesamt, also das muss ein wunderes Sammelsurium von Kleinstrafen gewesen sein. Ja, ja, richtig, genau. Also ich glaube, Massepin ist dann auch relativ schnell verwarnt worden, wieder wegen Track Limits. Ja, auch ein Alonso ist mehrfach rausgeflogen und da gab es so ein bisschen die Diskussion mit, ja, äh, es gibt doch die Regel, dreimal darfst du, dann gibt es die Black-White, aber Alonso ist laut Anzeige schon viermal draußen gewesen, also, äh, ich, da hat er, der Ralf Schumann schon gar nicht recht gehabt, manchmal würfeln die, glaube ich, um das Ergebnis. Ja, das hat schon so ein bisschen Eindruck gehabt, ja. Also die waren aber auf jeden Fall sehr, sehr motiviert zu arbeiten, die Stewards. Das kann man denen nicht vorwerfen. Ja. Trotz alledem, äh, ja, genau, ein, ein, äh, Vorfall, oder ich sag mal, ähm, wenn wir schon bei Track Limit sind, da gab es ja auch einen sehr interessanten Funkspruch später von Kimi Ralköhn, der dann, ich glaube, so, so eine, eine, ein Vergehen vor der Strafe dann vom Team gesagt bekommen hat, hey, du bist schon ziemlich heftig am Track Limit, ähm, sammeln und Kimi sich mal wieder in seiner bekannten Art aufgerechnet, Leute, jetzt kommt ihr da mit, jetzt sagt ihr mir das, hättet ihr mir das schon mal vorher gesagt, ja, dann hätte ich vielleicht ein paar weggelassen, aber, ja, da hat er aber auch recht, so nach, ja, ja, da hat er doch recht, ich meine, wenn ich jetzt schon, wenn ich merke, oh, oh, die Stewards, die haben uns schon angeschrieben, so nach dem Motto, äh, passt mal auf euren Reikönnen auf, dann sag ich ihm das gleich und nicht erst, wenn er eine Strafe vor Bestrafung steht. Gehen wir mal wieder zurück, Paris Leclerc, da ist natürlich jetzt auch nicht wirklich was passiert, also Leclerc konnte das Auto etwas besser abfangen, ist ja dann wirklich auch nur, ich glaube, eine Sekunde oder eineinhalb Sekunde und dann Paris wieder auf die Strecke gekommen, ähm, hat natürlich mal kurz das Auto weiterfahren, also kein Problem gewesen, hat dann auch wieder die Yacht auf, ähm, Paris aufgenommen und konnte die Lücke dann ziemlich schnell auch wieder schließen, dann später. Runde 46 kam dann, äh, Pierre Gasly zum zweiten Mal in die Box, da hat man dann gemerkt, hoppla, okay, der kommt auf jeden Fall nicht mit einem Stopp durch, wir haben ja dann in Runde 40 schon den, den Gasly-Train erwähnt, ja, und irgendwann waren die Reifen halt durch, man hat dann bei Alpha Tauri versucht, einen Zweistopper zu machen, bei beiden Fahrern eben, und Gasly ist dann in Runde 46 der erste gewissen an die Box kommen, ich weiß gar nicht, zu nur, da waren ein paar Runden später dran, ja, genau. Die haben das Auto quasi überfahren, was heißt überfahren, aber das ging einfach nichts. Nee, das war einfach der Strategie geschuldet, die konnten gar nicht anders. Ja, richtig. Umgelaufen, aber man kann's nicht ändern. Genau, dann Runde 47, Charles Leclerc war wieder am Paris dran, Charles Leclerc macht's eine Kurve später, probiert's erneut, außenrum vorbei, die Kurve, wo man ein bisschen Auslauf, ähm, weggenommen hat und mehr Kies hingelegt hat, wo alle Fahrer gesagt haben, ja, das ist super toll, das finden wir klasse. Äh, Leclerc hat das wohl irgendwie in dem Moment vergessen, dass da nicht so viel Platz ist, er hat's probiert. Paris hat mal wieder, äh, ich sag mal absichtlich, oder ich sag mal unabsichtlich keinen Platz gelassen, hat die Spur weitestgehend ausgereizt. Leclerc ist dann halt, oder hat dann halt gemerkt, äh, hoppla, da kommt Kies, ich kann auch nichts mehr, ich kann auch nichts mehr zurückstecken. Also, beim Einfahren in Kurve 5, ich glaub Kurve 5 ist das, war er so ein Stück weit rechts hinten dran, im Laufe der Kurve ist er dann ungefähr auf gleiche Höhe gekommen, und am Ausgang der Kurve hatte Paris einfach sich ein bisschen raustragen lassen, da war dann für Leclerc ein kleiner Platz mehr, das heißt, Leclerc wieder im Kies gewesen, musste sich wieder ein bisschen zurückfallen lassen. Ja, und was war die, war das Ende vom Lied? Es gab wieder eine Untersuchung gegen Paris. Bei der Szene hat man auch gemerkt, Leclerc hatte überhaupt keinen Bock mehr. Der war völlig genervt, der hatte keine Geduld mehr, er hat sich das imaginäre Messer nicht nur zwischen die Szene, er hat sich mehrere Messer zwischen die Szene gesteckt und wollte jetzt an Paris vorbei. Ich glaube auch, der hat aus dem Cockpit erstmal irgendwo so ein Verkaufshänder angerufen und nach dem Messerset gefragt, ja. Ja, wahrscheinlich. Und ja, dann hat er es versucht an, ich mein, ist ja löblich für ihn, dass er Stellen versucht, die eigentlich nicht dafür so gedacht sind, so ein Überholmanöver zu machen. Ich mein, hätte es geklappt, wäre er der Held vom Erdbeerfeld gewesen, jetzt unglücklich, also beiderseits. Aber wie du schon sagst, dann kam die Untersuchung, ja und das Ergebnis kam auch relativ schnell. Richtig, genau. Und wo ein Paris am Anfang noch die fünf Sekunden für Norris quasi rausbekommen hat, das hat sich ja schon ausgeglichen gehabt, Paris hatte ja auch schon plus fünf, jetzt waren es dann mittlerweile nochmal plus fünf, also in der Summe plus zehn. Nicht gut für Paris auf jeden Fall. Also er hat einen Platz gegen Leclerc behaupten können, das war ja das eine, aber andererseits hat sich Leclerc wahrscheinlich gedacht, du Depp, jetzt hast du plus zehn Sekunden und so kriege ich dich halt über die Strategie. Ja, Strategie, ja, Strategie. Komische Strategie. Aber ja. Komische Strategie. Ja, es ist, sagen wir mal so, Paris hat diesmal sehr viele Punkte gesammelt. Genau, es waren keine treue Punkte. Nein. Ja, jetzt waren wir eben bei plus fünf, es geht nicht mehr in die Box, das heißt, es wird am Ende des Rennens die plus zehn Sekunden dazugerechnet, was halt dann das Rennen für Paris ein bisschen komplett versaut hat. Naja, was heißt, ja, okay, da kommen wir nachher noch drauf. Auf jeden Fall beeinträchtigt, ja. Gehen wir eine Runde weiter. Wir haben es schon angesprochen, Lewis Hamilton hatte ja seine Mühe und Not mit, ja nicht nur mit Fassaden mitzugehen, sondern auch mit Bottas und Norris mitzugehen, die ja hinter ihm aufgeschlossen haben. Und Bottas hat ja erst mal wahrscheinlich so ein bisschen gelinst, du, darf ich da jetzt am Hamilton vorbeifahren, liebe Mercedes-Crew, oder darf ich nicht? Und dann hat Mercedes erst mal zurückgefunkt, nee, lass mal bitte, bitte nicht angreifen, du darfst nicht vorbeifahren, wir untersuchen das Ganze noch und dann kriegen wir die Rückmeldung. Und im selben Moment hat man das natürlich bei McLaren auch mitbekommen, was Mercedes da hin und her funkt und dazu Norris gesagt, hey, pass mal auf, wir könnten da noch eine Chance aufs Podium haben, da öffnet sich gerade eine kleine Tür. Ah, ist halt blöd, also blöd für Bottas, er durfte nicht angreifen, er wurde jetzt wirklich wieder degradiert als Blocker. Taktisch natürlich die einzig richtige Entscheidung versuchen, alles hinten weg zu blocken, soweit wie es geht, solange Hamilton halbwegs die Zeiten fahren kann. Ja, für Bottas war es halt wieder blöd, aber er hat halt auch keinerlei, er hat keinen Anspruch, er kann nicht sagen, ey, was wollten ihr gerade, ich fahre hier auch mit um die Weltmeisterschaft, nein, das tut er nicht, also somit muss es sich dem fügen. Genau, das ist es halt, ja, dadurch, dass er gar nicht mehr um die WM mitfahren kann, also klar, rein rechnendisch in irgendwelchen Fantasieszenarien vielleicht schon, aber de facto war er nicht, kommt er automatisch in einfach ziemliche blöde Situation, wenn er dann hinter einem langsamen Hamilton aufläuft und der muss ja wirklich erstmal anfragen bei der Box dann, hey, darf ich jetzt oder darf ich jetzt nicht, ja, während umgekehrt, wenn das, wenn das Szenario genau umgekehrt wäre, der Hamilton würde ja gar nicht nachfragen, ja, der würde, der würde einfach selber die Brechstange oder halt, der würde halt vorbeifahren. Hamilton würde einfach vorbeifahren, sag mal so, wie es ist. Ja, aber das, wie gesagt, ist auch ein anderes Szenario, ja, keine Frage, obwohl Hamilton würde auch vorbeifahren, wenn er nicht um die Weltmeisterschaft fahren würde, das wäre mir völlig wurscht. Das wahrscheinlich auch, ja, aber wie oft, naja, das kam so, glaube ich, auch noch nicht vor. Na egal, auf jeden Fall, Mercedes hatte da ein wenig Schwierigkeiten zu dem Zeitpunkt, auch weil man plötzlich eben einen McLaren auf Dope hinter sich hatte, der da sich nicht wirklich abschütteln ließ. Und er hatte keine Fünf-Sekunden-Strafe mehr, das heißt, die hat er schon abgesessen, da ist rechnerisch, muss man nichts mehr beachten, wenn er überholt und vorne ist, ist er vorne, Punkt. Genau, ja, somit für Norris realistische Chance, vielleicht noch auf Platz zwei nach vorne zu kommen, je nachdem, was Mercedes da entscheidet und wie die Datensgrenze, die ganze Konstellation auflösen. Runde 49 habe ich mir notiert, ich weiß nicht, hast du noch was davor? Ne, ich hatte jetzt auch 49, aber mach du mal weiter. Genau, Assigns an die Box, hat sich die Harten geholt, der war bis dato noch nicht an der Box und ist auf P... die Medium geholt. Der war ja auf den Harten unterwegs. Stimmt, das ergibt dann auch komplett Sinn. Ist dann auf P9 rausgekommen, hat dann quasi seine persönliche Verfolgungsjagd aufgenommen. Genau, dabei hat er auch direkt den Yuki Tsunoda direkt wieder zurück überholt, den er dann an der Box kurz verloren hat. Ja, aber Tsunoda war ja auch schon wieder dann auf dem zweiten gebrauchten Satz unterwegs, der konnte sich dann auch nicht mehr erwehren und der stand auch kurz vor seinem zweiten Boxestopp. Dann kam die kurz angesprochene Black and White Flag für Massebin, weil er zu häufig ja Track Limits überfahren hat. Muss man aber auch sagen, hat sich im Endeffekt dann nichts mehr getan. Das war die eine, eine Wink mit dem Zaunfall und dann hat sich Massebin anscheinend an die Strecke gehalten. Schön, sehr schön. Ja, Runde 51 kam dann auch Sebastian Vettel noch ein zweites Mal in die Box, auch da hat man dann gemerkt, das wird so nix mit einem Stopp. Und Bottas hatte freies Licht, er durfte dann Hamilton vorbei, er wurde vorbeigewunken. Ja, man muss aber auch sagen, die Zeiten sind vom Hamilton teilweise auch komplett eingebrochen. Also das wäre, das wäre Quatsch gewesen, weil wenn Norris dann an Bottas vorbei gewesen wäre und der hätte sich problemlos Hamilton geschnappt und Bottas hätte keine Schnitte mehr gehabt, einen Norris dann einzufangen. Genau, in dem Fall hat man dann auch an die Konstrukteursmeisterschaft gedacht, hat sich gedacht, Mensch, vielleicht holt uns dann der Bottas wenigstens auf den zweiten Platz, hat den vorbeigewunken und Lewis Hamilton war dann halt so ein bisschen auf sich gestellt gegen Landon Norris. Ja, und musste dann erstmal gucken, ob er den überhaupt hinter sich halten konnte. Runde 52, ein zweiter Boxenstopp von Yuki Tsunoda. Normalerweise hätten wir jetzt gesagt, okay, wir machen jetzt wieder eine große Boxenwelle oder halt händeln das mit einer Boxenwelle ab. Aber wir behalten ja noch im Hinterkopf, Yuki Tsunoda hat beim ersten Stopp eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen, wegen dem überqueren der weißen Linie bei der Boxeneinfahrt. Er fährt zum zweiten Mal in die Box, er fährt zum zweiten Mal über die weiße Linie, also kriegt er auch zum zweiten Mal plus fünf Sekunden. Ich weiß nicht, was würdest du als Franz Zost in der Situation dir denken? Ich würde gar nichts denken. Ich würde einfach meinen Kopf auf die Tischplatte hauen ein paar Mal. Ja, das ist, es kann nicht dein Ernst sein. Sehr gut gelöst, ja. Das wäre wahrscheinlich auch mein Gedankengang gewesen. Ja, was, was soll man sagen? Ich meine, also ich nehme ja den Tsunoda gern in Schutz, aber also das erste Mal, okay, kann passieren, aber das zweite Mal, wie doof kann man denn sein? Sorry. Ja, richtig, also sowas übt man ja auch in den freien Trainings. Warum, warum, wenn ich dann eine Fünf-Sekunden-Strafe beim ersten Mal in die Box bekomme, mache ich den selben Fehler dann nochmal? Also, ach, Yuki. Ja, und es ist ja nicht so, dass er jetzt Mods viel Zeit hätte damit gewinnen können. Das ist Quatsch. Im Prinzip bringt gar nichts. Die gehen natürlich immer alle ins Limit bei der Boxen-Einfahrt. Dafür sind sie ja auch angestellt, dass sie halt immer am Limit fahren. Aber da war er halt einfach mal wieder ein Müh drüber. Naja, zweimal war er ein Müh drüber. Ja, genau. Genau. Ja, und damit war das Rennen für Tsunoda dann auch gelaufen. Also mit zehn Sekunden, das war dann ein bisschen zu viel. Stimmt, die ersten fünf Sekunden hat er im Rennen abgesessen, anhand des Boxenstops dann. Und die anderen fünf Sekunden nach dem Rennen wurden dann einfach drauf addiert. Genau, ja. Gut, wo waren wir denn jetzt? 53 sind wir. Ach ja, da gab es ja das Überholmanöver, ne? Genau, da gab es ein Überholmanöver. Paris hat sich dann gedacht, oh fuck, jetzt habe ich schon zehn Sekunden starb, jetzt muss ich mal ein bisschen nach vorne abhauen. Hat sich dann der Ricciardo zurechtgelegt und ist dann mal vorbeigefahren. Ja, und gleichzeitig gab es aber auch noch ein zweites Überholmanöver. Und das ist an der Stelle wahrscheinlich das Wichtigere und Interessantere. Nämlich Landon Norris, der hat sich dann das Podium zurückgeholt gegen Lewis Hamilton. Und dann hat man bei Mercedes gedacht, Mensch, wir holen den Lewis Hamilton wenigstens mal rein, weil der Abstand nach hinten war dann relativ groß, sodass er wenigstens noch frische Reifen hat, vielleicht nochmal kurz einen Schuss auf die schnellste Runde machen kann. Ja, und dann heißt es halt für Lewis Hamilton, schau, dass du irgendwie dein Rennen fertig fährst. Wir können dir jetzt leider nichts mehr geben. Das Auto ist kaputt. Schau, was du noch rausholen kannst. Ja, in Runde 56 hat er auch nochmal ganz kurz einen Schuss auf die schnellste Runde gemacht. Dummerweise, Carlos Sainz in derselben Runde auch. Und Carlos Sainz war schneller, war zwischenzeitlich mal der Inhaber der schnellste Runde. Aber das sollte auch, das sollte nicht von Dauer sein. Ja, und zum Abschluss der ganzen Strafen-Geschichten hat ein Lance Stroll dann auch nochmal eine Strafe gekriegt von plus fünf Sekunden, weil er war ein bisschen zu schnell in der Boxengasse. Stimmt, jetzt wo du es sagst, habe ich mir gar nicht notiert, warum auch immer. Aber ja, damit waren auch da die Punkteambitionen vorüber. Richtig, also das Rennen war ein sehr straflastiges Rennen. Ich habe jetzt auch schon mal gespitzt. Wie gesagt, Daniel hat es ja gleich am Anfang erwähnt, wir nehmen das relativ kurz nach dem Rennen auf. Auf einschlägigen Seiten steht schon, dass wohl die Kommissare acht bis neun Fahrer nach dem Rennen zu sich beordert haben, weil sie ein intensives Gespräch führen wollten. Welche Fahrer, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich habe jetzt nur die Überschrift gelesen. Trotzdem vielleicht mal so ein kurzer Zwischenstand, weil wir haben ja am Anfang so ein bisschen über Judge Russell gesprochen. Für den waren die ganzen Zwischenfälle, für die anderen natürlich, ja, Mühlen auf, nee, Wasser auf seinen Mühlen, weil der hat sich zwischenzeitlich wieder auf Platz 10 vorgefahren und war damit in den Punkten. Und das sah zu dem Zeitpunkt gar nicht so schlecht aus. Der hatte auch ein bisschen Abstand nach hinten. Ich glaube, Alonso war zu dem Zeitpunkt so vier, fünf Sekunden hinter ihm. Danach war dann Kimi Raiköhn auch nochmal so ungefähr vier, fünf Sekunden. Danach Sebastian Vettel. Also das sah auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. Und man hatte sich so ein bisschen ausrechnen können. Vielleicht klappt es ja heute endlich mit dem ersten Punkt für Williamson, für George Russell. Ja, zu wünschen wäre es ihm auf jeden Fall gewesen. Genau. Ja, dann gehen wir weiter. Runde 58. Leclerc hat sich dann den nächsten geangelt, mit dem er da so ein bisschen kämpfen wollte. Nämlich dann Ricciardo. Und speziell Runde 58 habe ich mir aufgeschrieben, weil da in Kurve vier, da hat er wirklich schon wieder so verdammt spät gebremst. Und das war wirklich um ein Haar, dass er dann Ricciardo da hinten reingefahren wäre. Also ich muss echt sagen, Leclerc, Freund, mach mal ein bisschen Biano. Der packt mir momentan nur noch die Brechstange aus. Das ist nicht mehr feierlich. Das ist echt nicht mehr schön. Ich meine, man muss ja auch mal sagen, wie sich die anderen Fahrer fühlen, wenn da so ein Überhol-Chaot ist. Du weißt ja echt nicht, ob er dich beim nächsten Überholmanöver einfach abräumt. Also Leclerc ist so ein bisschen momentan wie der Fahrer auf der deutschen Autobahn, der links und rechts überholt. Ja, das ist wirklich so. Das ist echt immer schön. Ich meine, es ist schön anzuschauen und es freut einen auch, wenn einer so aggressiv fährt. Aber es geht schon so ein bisschen ins Unsportliche rein, wenn er wirklich so aggressiv ist. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass er halt versucht hat, irgendwo sich eine Lücke zu suchen, wo es halt normalerweise nicht geht, weil er ja mit dem Ferrari halt doch ein bisschen Defizit hat mit dem Motor noch. Und speziell, wenn du dann halt auch gegen einen Honda oder einen Mercedes-Motor kämpfst, dann schaust du halt mit dem Ferrari, glaube ich, auf Topspeed. Selbst mit der Saktor sagt er noch nicht so gut aus. Wir sind da beide d'accord, glaube ich, momentan. Leclerc ist wirklich sehr, sehr, sehr aggressiv. Deswegen, ich sage ja, ich zähle ja eigentlich auch nur die Sekunden im Brennen, bis er dann irgendwann mal wieder irgendwo rein crasht. Weil eins muss man ja auch sagen, und das haben wir ja gar nicht erwähnt. Am Anfang am Start hat er ja auch wieder irgendwo sich reingezwängt in Kurve 2 rein, wo man halt auch sagt, Mensch, du, Charles, du hast jetzt schon zweimal da mit Leuten kollidiert. Warum versuchst du es denn da immer noch jedes Mal aufs Neue? Ja, momentan ist es so ein bisschen lernresistent und das tut einem Fahrer seiner Qualität nicht gut. Ja, ja. Da fehlt ihm ein bisschen die Rennintelligenz aktuell. Und das ist halt auch was, was den Carlos Sainz momentan auch ein Stück weit besser macht manchmal. Ich bin jetzt mal ganz böse. Ich meine, ich kenne da einen Fahrer, der war zu seiner Anfangszeit auch bekannt, dass er verdammt schnell ist und dass der echt viel aus dem Auto rausholt. Aber Rennintelligenz hat da etwas gefehlt. Ja, der ist jetzt mittlerweile nicht mehr in der Formel 1. Ich rede da von einem Crochon. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Leclerc nur die Qualität von einem Crochon hat, weil ich schätze ein Leclerc noch fahrerisch viel, 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 viel besser ein. Aber er rückt sich gerade in keinem guten Licht. Ich meine, ich verstehe, dass er in diesem Rennen, also ich meine, der muss unter seinem Helm gekocht haben. Ich glaube, wenn man ein Ei aufschlagen würde, das wäre sofort angebraten, so sauer und überhitzt, wie der war. Aber dennoch, also ich meine, er fährt da so ein Auto, was er bei solchen Geschwindigkeiten, im Prinzip ist es eine Waffe. Und da sollte man vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger sein. Ich glaube auch, ja, da soll der Ferrari mal mit ihm ein ernstes Wörtchen reden, ein bisschen, was sein Racecraft angeht, einfach mal ein bisschen gucken, dass man ihn da so ein bisschen kontrolliert. Weil so, das wird nichts. Also das wird nur Unfälle geben, das wird nur Schrott geben und dann ist das Rennen für ihn oder für den Konkurrenten oder für beide beendet. Ja, wie man so schon sagt, bis einer weint, ne? Ja, richtig. Wie du auch sagst, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder kracht. Und das sage schon ich als jemand, der eigentlich ein Sympathisant von Leclerc ist. Ja, da hat er schon weit getrieben. Richtig, genau. Nein, Quatsch. Okay. Gehen wir mal weiter, oder? Gehen wir mal weiter. Es ist ja nichts passiert, zumindest mal bis dahin. So, Runde 60 hat sich der Verstappen gedacht, Mensch, nachdem das Rennen heute so schwierig war, ich habe so viel Abstand nach hinten, ich mache auch nochmal einen zweiten Boxenstopp. Dann gab es in der gleichen Runde auch nochmal ein Black and White Flag für Kimi Raiköhn. Das war dann die Situation, wo sich Kimi dann auf Funk lautstark beschwert hat. Ja, und auch Verstappen hat dann nochmal gefragt, ey, Jungs, darf ich nochmal ein bisschen mehr Leistung haben? Ich würde ganz gerne nochmal die schnellste Runde fahren. Ja, macht ja auch durchaus Sinn. Jeder Punkt ist wertvoll und in dieser Position, sorry, der ist an die Box gegangen, hat immer noch sieben Sekunden Vorsprung vor Bottas gehabt, mit frischen, neuen, harten Reifen. Also der ist dann davon gefahren wie ein junger Gott. Ja, was ich aber ein bisschen witzig fand, weil zu dem Zeitpunkt hatte Verstappen die schnellste Runde sowieso schon wieder inne. Und dann mit den neuen Reifen, da wäre das jetzt ein Kinderspiel gewesen, die Zeit nochmal zu unterbieten und dann sagt Verstappen, ich hätte ganz gerne aber nochmal ein bisschen Leistung, ich möchte ganz gerne nochmal ein bisschen schneller fahren. Ich glaube, der wollte da einfach einen Punkt setzen, sodass keiner mehr das Diskutieren anfangen braucht. Den hat er auch gesetzt mit seiner Schätzrunde dann, zwei Runden später. Das ist wohl wahr. Und der 1.06 irgendwas, und das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zwei Sekunden schneller als alles, was davor gefahren wurde, ist. Und damit hat er nicht nur einen Punkt, sondern auch gleich einen ganzen Absatz gesetzt. Also da war definitiv klar, wenn jetzt nicht einer nur rein wegen der schnellsten Runde reinkommt, wird die Zeit nicht mehr geknackt. Genau, ja. Ja, Runde 61, das große Zittern hat begonnen bei Williams in der Box, auch bei Fernando Alonso. Es gab einen kleinen Zweikampf, oder ab dann ist es so richtig eskaliert, denn George Russell musste sich immer mehr und immer heftiger gegen ein Fernando Alonso erwehren, die das Ganze ein bisschen klüger gemacht haben, die beiden, als das ein Perez, ein Leclerc, ein Norris, ja gut, Norris muss man ein bisschen ausklammern, aber halt ein Perez und ein Leclerc auf jeden Fall mal vorher getan haben. Die beiden haben sich wirklich fair dueliert, wirklich sehr seelenswert, und George Russell hat sich die Seele aus dem Leib gefahren. Alonso hat auf einmal den Speed drauf gehabt, der ist ja in kürzester Zeit, ist er an ihn ran gerobbt, oder eben der Williams konnte einfach nicht mehr anhand von Reifen oder was auch immer, also fahrisch hat es nichts damit zu tun, ich glaube, ich glaube, Russell ist nach wie vor auf letzte Rille gefahren, aber der hat sich dann einen Zweikampf mit Alonso geliefert, aber sind wir ganz ehrlich, auch da hat man dann gesehen, das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, nur eine Frage der Zeit, was kommt zuerst, ja, kommt zuerst das Überholmanöver von Alonso, oder kommt zuerst die Schwarz-Weiß- Karriere Flagge? Ich meine, es waren zu dem Zeitpunkt nur noch zehn Runden, ein Russell hat das ganz gut gemacht, er hat auf den Graden immer wieder versucht, hat sich halt so gecovert, dass Alonso erstmal nicht vorbeigekommen ist, auch die haben es natürlich probiert, auch Alonso hat es natürlich mal in Kurve 4 rein probiert, er hat es natürlich dann schlauer gemacht, hat zurückgezogen, als er gemerkt hat, hoppla, Russell hat die Innenbahn, somit da keine Fünf-Sekunden-Strafe für irgendjemanden und trotz alledem, der Druck ist von Alonso immer größer geworden, aber Russell hat sich auch bravouros verteidigt und man hat aber bei Alonso gemerkt, der Alpin ist auf den Bremsen ein wirkliches Tier, also wie der sich da ran gerobbt hat, jedes Mal in den Bremszonen, da hat er ja irgendwie so 200 Meter gut gemacht. Ja, man hat auch gesehen, Alonso hat ihn sich ausgeguckt, er hat ganz genau geguckt, okay, wie verhält er sich da, wie verhält er sich da, um einfach vor, ich denke einfach, um zu schauen, okay, ich bereite mir den dann so vor, dass wenn ich dann zustoße, dann klappt das auch. Ja. Das alledem musste halt gegen einen Mercedes-Motor kämpfen und der ist halt auch den geraden, wie wir schon gemerkt haben, nicht so ohne. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja gut, hast du noch was? Ja, ich würde mal Runde 66 dann weitergehen. Ja, genau, habe ich mir auch notiert. Genau, Runde 66, Carlos Sainz, der sehr spät in der Box war, der mittlerweile die Medium-Reifen aufgezogen hatte, ist dann aufgelaufen auf das Duo Ricciardo und Leclerc, die sich da ja wieder sehr vehement gegeneinander gewährt haben oder R-Wert haben und Ferrari hat sich dann gedacht, Charles, lass mal den Carlos vorbei, lass den mal probieren, du packst es heute nichts mehr. A, war das auch die einzige richtige Entscheidung, weil wie du schon sagst, Sainz hat die frischeren Reifen gehabt und B, andersrum, ein Leclerc hat sich denke ich auch zwischenzeitlich durch diesen ganzen Zweikämpfe, also nicht nur mit Ricciardo, sondern auch vorher, ich denke, die Reifen waren schon etwas strapaziert. Ich glaube auch, ja. Das war auf jeden Fall aus Teams-Sicht speziell, weil ja auch die beiden Teams, McLaren und Ferrari, in der Konstrukteursmeisterschaft doch noch recht nah beieinander liegen. sehr, ja, war die glückste Entscheidung, erst mal Sainz ranzulassen, um wenigstens da noch einen McLaren abzufangen. Der andere war ja sowieso schon über alle Berge, über den haben wir ja schon ein paar Runden nichts mehr gesprochen, aber Lennon Norris war ja eigentlich schon ziemlich sicher auf Platz drei. Ja, der war weg. Der war einfach weg. Genau, und so ging es im Endeffekt für Ferrari nur noch darum, ein bisschen, ja, Schadensbegrenzung zu betreiben, wenigstens den einen McLaren möglichst noch irgendwie abzufangen, ob das jetzt einen Carlos Sainz macht oder einen Charles Leclerc, das war denen zu der Situation ziemlich egal. Da haben sie gesagt, komm, lass den Sainz mal durch, der hat die besseren Reifen, soll der es mal probieren, vielleicht schafft er es ja noch. Ja, und Leclerc hat ihn auch anstandslos vorbeigelassen, das muss man auch sagen. Ja, genau. Ja, ich glaube, dass die Chemie bei Ferrari zwischen den beiden Fahrern sowieso funktioniert. Also zumindest momentan noch, wo Leclerc in der Meisterschaft noch vorne ist, man muss sagen noch, ja, die beiden sind ja ziemlich nah beieinander, was die Punkte angeht, ist das Ganze noch alles problemlos möglich. Interessanter wird es dann irgendwann mal, wenn es ums Podium, wenn es ums Gewinn geht und wenn es tatsächlich um Meisterschaftsplätze geht, die halt etwas weiter vorne angesiedelt sind. Ja, aber das ist Zukunftsmusik, die dauert noch ein bisschen. Ja. Ja, währenddessen, Runde 68, war es dann doch soweit. Der Kampf ist leider gegen Russell gelaufen. Er hat sich doch überholen lassen müssen. Ich meine, man hat auch gesehen, Alonso hat ihn sich dann wirklich ausgeguckt und hat ihn dann sauber, blitzsauber überholt. Ein Russell hat auch fair ihn vorbei, Anführungszeichen, gelassen. Naja, er konnte sich ja gar nichts mehr erwehren. Richtig. Das war dann, Kurve 2 hat er sich den zurechtgelegt, der Alonso, den Russell, also da hat er den quasi schon so ein bisschen in der Falle gelockt, ja, indem man dann halt einfach die Kurve ein bisschen anders angefahren ist und den Bremspunkt ein bisschen anders gewählt hat. Russell war da sehr spät auf der Bremse, konnte dann beim rausbeschleunigen, nicht mehr die Lücke rausfahren, wie er das die Runden zuvor geschafft hat. Ja, dann hat man schon gesehen, okay, also die 50 Meter, die der Alonso, der jetzt der Rückstand noch hat am Kurvenausgang von Kurve 3, mit der Ershilfe, das klappt jetzt auch für den Alpin mit dem Renault-Motor hinten drin. Dann war es halt um ihn geschehen, das war es dann doch nicht mit P10, also doch kein Pünktchen für Russell, weil auch das hat man eindeutig gesehen, er wird auch nicht mehr kontern können. Nee, genau, der musste sich dann so ein bisschen eher nach hinten orientieren, denn da waren zu dem Zeitpunkt auch schon Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel, die die Lücke auch schon ziemlich weit zugefahren haben und eben dann auch ziemlich knapp an Schwarz Schwassel dran waren, der musste dann eben gucken, hoffentlich behält er zu wenigstens den elften Platz und hoffentlich passiert vielleicht vorne noch irgendwas und mit Charles Erklärer haben wir noch jemanden, der da was hätte bewegen können im Sinne von Williams. Ja, dann sind wir schon eigentlich Runde 71, die letzte Runde, da ist noch einiges passiert, also Seins hat sich dann Riccardo geschnappt auf P6, Riccardo hat aber zu dem Zeitpunkt gekämpft, wie ein Wilder auch, also das muss man auch lobend erwähnen, der hat sich wirklich mit Händen und Füßen und allem, was er hat, sich breit gemacht, aber gegen die frischen Reifen hat er dann auch keine Chance mehr gehabt. Ja, genau, und er hat es einfach schlauer gemacht, also Seins hat es einfach schlauer gemacht als Leclerc, der hat sich da die Reifen nicht unnötig aufgerieben, er hat einfach die Strategie einwandfrei sauber umgesetzt und nach hinten raus ist das Rem zu ihm gekommen und hat es dann eiskalt dann umgesetzt. Richtig, zu diesem Zeitpunkt ist dann auch Verstappen über die Ziellinie gefahren, er ist dann Erster geworden, ja und dann gab es auf einmal eine gelbe Flagge nochmal. Doppelgelb im zweiten Sektor, die dann auch lange Zeit nicht aufgelöst wurde, man hat aber plötzlich im Tower gesehen, irgendwas muss bei Russell oder Vettel oder Chemiei können passiert sein, also Russell war noch auf elf, aber die beiden anderen Kollegen, die sind dann ziemlich schnell im Tower nach unten geklettert, ja und dann gab es später die Auflösung, es waren tatsächlich Kimi und Vettel, die, ja, wie soll es mal aneinander geraten sind, zwischen Kurve 4 und Kurve 5. Ja und da können wir glaube ich sagen, die Schuld lag bei Kimi, ne? Ja, zu 100 Prozent, also da habe ich mich auch gefragt, warum? Rai Köhn hat er noch ein bisschen noch Richtung Russell gelunzt und am Ausgang von Kurve 4 hat er halt einen schlechten Exit gehabt, das hat Vettel natürlich mit den frischen Reifen nutzen können, hat sich dann innen, also für die nächste Kurve außen, dann quasi daneben gesetzt, war dann auch schon mit, ich sage jetzt mal, der Hälfte des Wagens vorbei und plötzlich lenkt Kimi nach rechts, da wo halt das Hinterrad von Vettel war und die beiden verhaken sich, so ein bisschen wie in den guten alten Codemasters spielen und dann geht es beide nach links weg in den, ja, in den guten alten Valtteri Bottas Rasen. Ja, also der ganze Hergang war total komisch, weil Rai Köhn hatte Platz, also es war nicht so, dass der eingeengt war, Vettel war ganz weit rechts, ich meine, viel weiter rechts hätte er auch nichts mehr fahren können, warum der sich da eingehacht hat, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht war Kimi zu dem Zeitpunkt einfach schon müde oder hat sich schon gedacht, okay, Renn ist vorbei, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oder hat sich gesagt, Moment, mein Freund, so leicht nicht. Ja, vor allem zwischen den beiden, die verstehen sich ja eigentlich sehr gut, ja, und das hat mich dann noch umso mehr gewundert, dass der Kimi da, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, keine Ahnung, das war ein kompletter Blackout. Das ist ja jetzt keine Aktion, die Kimi ähnlich sieht, dass er da so blind rübergezogen ist, nö, ich weiß nicht, das kann er, da muss irgendwas, muss ihn irgendwas da abgelenkt haben, sagen wir es mal so. Richtig, also das war unnötig, abhaken, fertig und ja, viel Shot gegeben. Sieger war Verstappen, zweiter Bottas, dritter Norris. Genau, also das muss man vielleicht noch erwähnen, Norris war ja zwischenzeitlich drauf und dran, nochmal die Lücke auf Bottas zuzufahren, das heißt, er war zwischenzeitlich auch schon mal ganz knapp dran am DRS-Fenster, aber am Ende, klar, der McLaren ist halt im Nuss-Stich immer noch das leicht schwächere Auto, da ist er am nächsten mal vorbeigekommen, also ins DRS-Fenster reinzufahren, dafür war der McLaren dann doch nicht stark genug und dann hat er dementsprechend auch keine Chance gehabt, dann nochmal an Bottas anzuklopfen. Trotzdem ein bombenstarkes Rennen von Landon Norris. Auf jeden Fall und vielleicht noch, aber das ist jetzt einfach nur hätte, wäre wenn, eventuell ein Perez ist zu dem Zeitpunkt auch an Hamilton, der am vierten Platz war, ist da auch auf 1,2 Sekunden schon hinter ihm gewesen, also hinter Hamilton und wären die 10-Sekunden-Strafe nicht gewesen, plus der verkorkste Boxenstopp, dann hätte es auch locker der vierte Platz sein können für einen Perez. Stimmt, jetzt wo ich die Abstände sehe, richtig. Ich hatte nur ein paar Runden vorher so vier Sekunden Abstand noch im Kopf und dachte mir, naja, okay, das ist jetzt nicht so relevant, weil das wird Perez auch nicht mehr einholen. Und selbst wenn hat er die 10-Sekunden-Strafe, aber jetzt, wo du es sagst, ja richtig, das war eigentlich, also wenn die 10 Sekunden nicht gewesen wären, wäre da tatsächlich eine riesige Gefahr noch für Lewis Hamilton gewesen. Also das vielleicht so am Rande ist, es ist nichts passiert, bla bla bla. Klar, hätte, wäre, wenn, bin ich auch kein Fan von, aber nur so mal am Rande. Also es war auch kein schlechtes wieder Rennen von Perez. Ja, ja doch, eigentlich schon. Also er hat sich zu viel Blödsinn geleistet heute. Da streite ich jetzt nicht mit dir. Ich sehe das nicht als Blödsinn, was er gemacht hat. Aber gut. Das, sagen wir es mal so, es war auf jeden Fall unglücklich. Da war mehr drin, als das Ergebnis widerspiegelt. Das stimmt. Gut, das heißt, vierter Platz war Lewis Hamilton. Ja, fünfter Platz, das war eben dann nicht Sergio Perez, sondern Carlos Sainz, der eben am Ende, ich glaube, 9,5 Sekunden hinter Perez ins Ziel, oder das Ziel überquert hat. Und durch die 10 Sekunden von Sergio Perez dann um, ja, eine gute halbe Sekunde dann nach vorne gerutscht ist. Und dementsprechend Perez dann eben nur auf Platz 6. Zweieinhalb Sekunden vor Daniel Ricciardo, Charles Leclerc auch dann achtzehntel hinter Daniel Ricciardo auf Platz 8. Pierre Gasly auf Platz 9 und Fernando Alonso hat sich den letzten Zähler noch geholt mit Platz 10. Magst du die anderen auch noch durchgehen? Ja, kann ich machen. George Russell, ja, unser Unglückskind. Wieder nur mit Platz 11 abgespeist worden heute. Ach, der Kerl. Mir fallen da gar keine Worte mehr ein. Zunoda, trotz alledem, trotz den ganzen 5-Sekunden-Strafen, die er sich eingefangen hat, mit den Kollisionen zwischen Vettel und Rai Köhnen noch auf Platz 12 nach vorne gerückt. Lance Troll auf Platz 13 ebenfalls, ja, die 5-Sekunden-Strafen noch gehabt. Giovinazzi dann noch auf Platz 14, Latifi auf Platz 15, Kimi selber dann noch auf 16, Vettel auf 17, ja, und die beiden Haas auf 18 und 19. Wir haben es schon erwähnt, Mick Schumacher hatte Massepin das ganze Rennen über deutlich im Griff. Da war gar kein, da gab es gar keine Diskussion zwischen den beiden. Und Ausfälle gab es ja nur den 1 von Estepaga noch kommen direkt am Anfang des Rennens. Die schnellste Runde war von Verstappen und Fahrer des Tages offiziell war Lando Norris. Dann gehen wir doch mal auf die WM-Ergebnisse. Also, Max Verstappen hat mittlerweile 182 Punkte und damit 32 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton. Das heißt, selbst wenn er jetzt mal ein Rennen ausfallen würde, hätte er immer noch die WM-Führung inne. Das ist ja schon mal ein Novum, also das hatten wir jetzt schon seit Jahren nicht mehr. Sergio Perez behält immer noch den dritten Platz in der Meisterschaft inne. Aber Lando Norris rückt wieder auf mit seinem dritten Platz. Das ganze, der ganze Kampf um Platz 3 rückt ein bisschen zusammen. Also, auch hinter Lando Norris. Valtteri Bottas holt ein bisschen auf. Ist ja immer noch auf Platz 5. Das heißt, wir haben da bald einen Dreikampf. Charles Erclair immer noch auf Platz 6 mit 62 Punkten. Aber, da ist es jetzt mittlerweile so, Carlos Sainz nur zwei Punkte dahinter. Mit der besseren Ravescraft heute, mit dem schlauren Köpfchen. Daniel Ricciardo hat auch wieder wichtige Zähler geholt. Auf Platz 8 beißt sich da ein bisschen fest in den Top 10. Pierre Gasly ebenfalls wieder ein paar Zähler geholt. Mit zwei Zählern heute mit 39 Punkten auf Platz 9. Sebastian Vettel Punkte losgeblieben auf Platz 10. Fernando Alonso auf Platz 11 mit einem Zähler mehr heute, also 20 Punkte insgesamt. Lenz Stroll auf 12 mit 14 Punkten. Esteban Ocon auf 13 mit 12 Punkten. Zunoda auf 14 mit 9 Punkten. Kimi Raikön und Antonio Giovinazzi jeweils einen Punkt. Ja, und der Armut George Russell Punkte los vor Mick Schumacher, vor Marzipin und vor Latifi, die ebenfalls alle noch Punkte losgeblieben sind. Und die Konstrukteursmeisterschaft, auch da ist es so, dass sich Red Bull mittlerweile einen Nuller leisten könnte und immer noch vorne bleiben würde. Red Bull vorne mit 286 Zählern, von Mercedes mit 242 Zählern, also trotzdem ja suboptimalen Ergebnis von Paris, aber auch von Hamilton hat Red Bull heute mehr Zähler geholt als Mercedes. McLaren auf 3, 21 Punkte geholt heute mit insgesamt 141 Zählern, baut den Vorsprung auf Ferrari aus, da ist der Abstand jetzt auch 9 zu Punkte. Dann auf Platz 5 Alpha Tauri und auf Platz 6 Aston Martin, die beiden drinnen auch nur vier Zähler. Dahinten dann auf Platz 7 Alpine mit 32 Punkten, dann Alfa Romeo weiterhin nur mit zwei Punkten. Williams punkte los, zusammen mit Haas auf den Plätzen 9 und 10. Tja, das wird noch eine illustre Saison. Ja, wir haben so ein bisschen Kröpfchenbildung da in den Meisterschaften. Ja, richtig, also es ist rundum gerade sehr spannend, weil wie gesagt, mal ein Ausfall kann jeden kriegen und da schätze ich Red Bull als größeren Kandidaten ein, als Mercedes, dass die technisch mal ausfallen. Also es wird, glaube ich, noch eine ganz spannende Geschichte. Ja, richtig, also da muss man tatsächlich mal abwarten, ob der Honda Motorrad das, die Zuverlässigkeit, die bisher einen Tag gelegt hat, über die Saison so zeigen kann, weil ich glaube, da ist so eine kleine Unbekannte drin. Also Mercedes, wissen wir, die sind, ja, auf eine Saison extrem sicher, extrem zuverlässig. Ob Honda dasselbe kann, da bin ich mal gespannt. Gut, gehen wir noch mal rüber in die nächste Kategorie, Fahrer des Tages. Fang du mal an, weil die letzten Male habe ich angefangen. Fang ich mal an. Also gut, da gehe ich mal mit der offiziellen Konform. Ich gehe mal auf Lando Norris. Der hat ein echt gutes Rennen gemacht und ich finde, die Strafe war, ja, war für ein Bubo und somit wurde ihm, ich sag's mal etwas provokativ, der zweite Platz geraubt. Da gehe ich mit der Konform, Lando Norris. Man hat schon irgendwie so darüber lachen können, ob die ganzen orangenen Hemden und Kapperl auf den Tribünen nicht auch für Lando Norris gelten, ja. Ne, war auf jeden Fall bombastisches Rennen und definitiv für mich auch der Fahrer des Tages eben, weil er, also ganz knapp dahinter wäre für mich George Russell wieder gekommen, weil der auch wieder ein richtig grandioses Rennen gefahren ist. Aber Lando Norris hat einfach den Vorteil gehabt, er hat am Start auch die richtige, ja, die richtigen Linien getroffen, sich richtig durchgesetzt, die Plätze behalten, so wie es sein sollte. Und dementsprechend nach hinten raus auch das glücklichere Händchen gehabt. Aber er war halt auch einfach wirklich überall präsent heute im Rennen. Das war wirklich grandios. Dann Verlierer des Tages ist für mich in dem Sinn ein Perez und zwar nicht, weil er so schlecht ist, sondern weil auch ich finde da, das ist aber jetzt nur meine persönliche Meinung, die Strafen hätten nicht sein dürfen oder müssen. Die Leute sollen fahren und wenn es halt etwas enger wird, ja, da müssen halt beide mal gucken. Und wäre das nicht gewesen, dann war ja auch er auf einen vierten oder sogar dritten Platz gelandet. Ja, das weiß man nicht. Also hätte er die Fahrradkette, das ist so. Aber in dem Fall gehe ich mit ihr diesmal nicht konform, weil ich bin der Meinung, den Bock hat sich Perez leider selbst ein bisschen geschossen heute. So ein bisschen wie es in den Wald reinruft, ruft es auch wieder hinaus. Ja, mit der Szene am Anfang gegen Norris, klar, da ist er jetzt nicht selber schuld, aber da hat er dann natürlich die Kommissare dazu gezwungen, im Endeffekt bei seinen Vergehen dann auch die Strafen rauszurücken. Deswegen ist er für mich auch ein Stück weit selber schuld heute am Ergebnis. Für mich der Pechvogel des Tages, George Russell, der lange Zeit über weite Strecken des Rennens um die Punkte gekämpft hat, der lange Zeit in den Punkten gelegen war, bis drei Runden vor Ende des Rennens und der dann wirklich wieder nur ganz knapp vor Schluss vom Alpin von Fernando Alonso dann eben rausgekriegt wurde. Und ich frage mich, ob das dieses Jahr irgendwann nochmal klappt, bevor er dann zu Mercedes wechselt. Der Hauptestag ist für mich sehr, wie letzte Woche beim Steiermark-Grombrie, ist für mich Leclerc. Er ist für mich momentan wie so ein kleiner, bubbandierender Junge, der wild trampelnd vor sich durch die Welt rennt, wenn er nicht kriegt, was er will. Und dann packt ihm die Wut und dann fährt er Harakiri-Manöver und wird auch noch belohnt. Warum auch immer. Ja, ja. Ich stelle mir gerade Leclerc vor, wie so ein... Es gab ja früher diese japanischen Kampfflieger, die sich da so tolle Bändchen da um den Kopf geschnallt haben. Ich glaube, das macht er auch vor jedem Rennen. Ich kann mit deiner Meinung kommen vorgehen. Trotz alledem, es ist ja nichts passiert schlussendlich. Deswegen... Und weil ich auch jetzt mal wieder einen anderen Namen noch mal reinnehmen würde, sage ich einmal Yuki Tsunoda, weil diese zwei Strafen, die er sich heute eingefangen hat, zweimal dieselben Strafen, zweimal für dasselbe Vergehen, das war auch ein bisschen Dummheit der Extraklasse, muss man leider sagen. Deswegen ist er für mich heute mit Leclerc, das sind beides für mich die Steppen des Tages. Also nachdem du Leclerc schon genannt hast, sage ich jetzt einfach nochmal Yuki Tsunoda. Das waren für mich beides, ja, sind heute nicht unbedingt mit Rennenintelligenz hervorgestoßen. Ja, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, wo fahren wir denn nächstes Mal? Ich denke in Silverstone und Gott sei Dank, wir haben endlich mal eine Pause. Ich meine, ich gucke ja gerne Formel 1, aber ich bin gerade ein bisschen Formel 1 müde, weil drei Rennen, drei Wochen ineinander, das ist doch ein bisschen viel. Ja, das ist richtig, genau. Also wir fahren beim nächsten Mal in Silverstone, jetzt haben wir ein freies Wochenende, danach geht es aber, ja, man könnte schon was sagen, im Double Headed direkt weiter, denn wir haben ja dann unser tolles Qualierenden in Silverstone zum allerersten Mal. Stimmt, da war ja noch was. Aber gut, das können wir ja zum anderen Zeitpunkt mal brechen. Genau. Nichtsdestotrotz, es wird für Silverstone natürlich wieder eine Streckenvorstellung geben, da kann ich euch nur herzlich einladen, da mal reinzugucken. Da werden wir wieder was vorbereiten zu gegebener Zeit. Und ja, wen siehst du denn für Silverstone, dass wir das schon mal so ein bisschen vorwegnehmen? Vorne, glaubst du, dass Red Bull die Form mitnehmen kann nach Silverstone, dem Home of British Motorsport, oder glaubst du, dass Mercedes zurückschlagen kann? Ne, ich glaube, Red Bull ist dieses Jahr einfach gerade over the top. Okay, ich glaube, dass Mercedes in Silverstone ein bisschen bessere Karten haben wird. Also ich gehe da sogar ein bisschen davon aus, dass Mercedes da so einen ganz kleinen Fortsprung haben wird. Aber wir werden sehen. Es wird spannend auf jeden Fall. Also ich denke, viele nehmen sich beide nicht. Und wie gesagt, momentan ist Red Bull gerade sehr gut drauf. Das auf jeden Fall, genau. Also dann nochmal ganz kurz zum Anfang des Podcasts zurück. Was meinst du, Gedanke, so heute während des Rennens war, hat sich jetzt mit dem Rennen oder mit den beiden Wochenenden so ein bisschen Generationenwechsel eingeläutet, dass ein Versappen jetzt mittel- oder langfristig die Oberhand haben wird gegenüber Mercedes und Hamilton? Lustig, habe ich mir vorhin auch so überlegt. Ist das jetzt dieser bekannte Generationswechsel? Findet der gerade statt? Also ich denke, ein Stück weit ja, aber Hamilton ist da schon sehr abgewichst. Ich denke, der schlägt da auch nochmal zurück. Vielleicht nicht diese Saison, aber wenn das Auto halbwegs nächste Saison auch wieder funktioniert, man weiß ja nicht, was da mit den Teams ist, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass auch ein Hamilton wieder ganz vorne wieder weiß. Ja, also was ich sehr interessant war, war, wie Versappen dann, nachdem er den Sieg holt hat, eigentlich das relativ gelassen hingenommen hat. Also das war für ihn schon so ein bisschen Alltagsgeschäft. Oh ja, wieder ein Rennen gewonnen. Cool. Schaut doch ganz gut aus für die WM dieses Jahr. Das ist halt so, der wirkt schon sehr abgebrüht, sehr kühl, ein Stück weit emotionslos auch dieses Mal. Und man merkt schon, die Reife ist da und deswegen glaube ich, dass es dieses Jahr, also ich meine, beide Teams werden ja keine großen Schritte mehr bringen für die diesjährigen Autos. Deswegen, also ich glaube, die Chance dieses Jahr ist sehr, sehr groß, dass Versappen das Ding heuer holt. Ja, doch, denke ich auch. Die Chancen sind, also so hoch waren sie noch nie. Die Saison ist aber noch lang. Also da kann noch so viel passieren. Siehe, erster Weltmeistertitel von Vettel, da war er eigentlich auch ganz weit weg und auf einmal holte er sich den Weltmeistertitel. Hat auch keiner mitgerechnet. Genau, wir haben es schon angesprochen. Also vieles steht natürlich noch in den Sternen, auch was die Haltbarkeit von Honda angeht. Das ist ja auch noch nicht so hundertprozentig geklärt, ob das dann nach hinten raus alles so passt. Aber zumindest man hat mittlerweile jetzt durch die beiden Siege in Österreich und der Steiermark ein bisschen Puffer aufgebaut. Das heißt, man hätte zumindest mal einen freien Motorenwechsel schon mal drin, ohne jetzt gleich die Meisterschaft zu verlieren. Und das ist ja aus Red Bull-Sicht auf jeden Fall ein beruhigendes Polster. Spannend wird es auf jeden Fall. Schön, dann danken wir wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Reingucken bei unserem Kanal. Gerne auch weitere Sachen reingucken oder angucken auf unserem Kanal. Wir haben jede Menge Videos, jede Menge Let's Plays, wir haben jede Menge Simracing-Content. Natürlich auch die Streckenvorstellungen seien an dieser Stelle nochmal erwähnt, die ihr euch gerne nochmal anschauen dürft. Also wenn ihr es schon mal angeguckt habt, dann gerne auch nochmal anschauen. Ja, wird nicht schlecht. Und dann hören wir uns zum nächsten Podcast in zwei Wochen wieder, beziehungsweise zur Streckenvorstellung kurz vorher für den Silverstone Grand Prix. Ja, und dann sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich verabschiede mich, während ich dir wieder einen Blümenschenspruch überlasse. Es war, jetzt wird es sehr langsam langweilig, es war mir auf jeden Fall eine Freude. Das Spannende wird in zwei Wochen sein. Findet zur Note die Box oder nicht und kann Leclerc auch ohne Probleme überholen. Man wird es sehen. Jetzt brauchen wir noch die X-Faktor-Musik. Bis dann. Ciao, ciao.